Naja, ich weiß, es ist gerade selbst nicht, ob es möglich ist. Okay, sein Ernst überlebt. Okay, wegen Gift. Oh, wir sind live. Ich hoffe, man hört euch gut. Sagt noch was? Guck mal, wie ich ausschlafe. Oh ja, sieht gut aus. Sound sollte auch alles... Ah ja, mal gucken. Na, mal schauen hier. Wir haben uns 22.24 Uhr. Ganz schön spät heute. Da ist Planung. Ich habe mich irgendwie nicht gerade gefunden. Du hast mich nicht gefunden. Ja, ich habe die ganze Zeit die Seite da aktualisiert und da hat... Also du alter, das ist Töber. Egal, wie schnell du bist, Philipp ist am Tor. Fischi ist am Start. Ich bin immer er... Sollen wir anfangen, ja? Ja, ja, ja. New Game? Sagst du, Fischi, oder wollen wir noch kurz warten? Bis noch zwei, drei da sind. Ich würde noch bis 27 warten. Erster? Gar nicht, Barto. Gar nicht. Ich bin der Erster. Fischi ist schon da. Das ist eine Lüge, ich bin der Erster. Aber schön, dass du rein schaust, Barto. Wir machen hier ein neues Pokémon-Spiel. Mit ganz wilden DNA-Kreuzungen. Und wir machen heute richtig hier... Oh nein. Ich schaue zu, mein Engel. Da wurde aber geschmeichelt. Oh, selbstverständlich. Man muss ja auch immer mal ein bisschen was zurückgeben. Meistens nehme ich immer nur. Ich fühle mich immer schon schlecht. Wenn ich Spenden mache, oder wie? Ja. Ich bei allen immer zurückspende, ja? Die mir spenden. Hast du am Ende selber kein Geld mehr. Das ist eigentlich ein Minus gemacht. Aber die drei Euro hätten echt nicht sein müssen. Doch, doch. Die mussten schon mal sein. Wird auch nicht das letzte Mal. Letztes Mal waren es fünf Euro. Also deswegen hätten sie es nicht sein. Und das nächste Mal ist es nur noch ein Euro. Und dann 30 Cent. Nichts mehr. 30 Cent, das nimmt er nicht mal an. Ich möchte diese Plani-Point ausgeben. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Wir fehlen Hundert. Ich kann nicht ausgeben. Ja. Wir fehlen Hundert. Ich will nicht hier mal anfangen. Aber ich weiß auch nicht. Fangen wir für Zwitschauer an. Das ist schon mal. Wir wissen aber nicht. Alle sind ganz ungeduldig. Emma ist heute auch entschuldigt. Der hielt es heute nicht so gut. Wenn Emma nicht da ist, dann ist das auch ein trauriger Tag. Der Geschichte auf Plan des TV. Wir brauchen die traurige Musik. Wir brauchen die traurige Musik. Bis 27 hast du gesagt? Ja, es ist 27. Alles klar. Wir fangen jetzt an. New Game. Los jetzt. Ich bin gespannt. Oh, Forscher Tommy. Ach nee, nicht der schon wieder. Oh, was ist denn das jetzt hier? Official Kanto Pokémon League Trainer Application Form. Trainer Information. Ja, ich kann wieder was trinken. Wie alt sind wir? 10.000 Jahre alt. Verdammt. Man kann nur maximal 17 sein. Dann ist man kein Pokémon. Sonst ist man kein Pokémon Trainer. Wir nehmen 17. Female. 10 sein. Nein, Dani, du nimmst 10. 17 ist fast 18. Dani, nimm 10. Du nimmst 10. Das ist das Gesetz. Das ist das Pokémon-Gesetz. Nimm 10. Das ist so. Du kannst jetzt nichts dagegen machen. Wie nennen wir uns? Diesmal spielen wir auf jeden Fall eine Mädel. Spaghetti. Wie machst du das? In Ehren halten wir Emma. Was dich spielt in Bild, in der Mädel? Wir halten in Ehren Emma. Ist einfach nur eine... Spaghetti. Ruhig bleiben. Wo er natürlich nur mal aufsteht. Spaghetti. Du trittst voll aus dem Bild. Ja, boah. Ich hab eine Spaghetti. Ich hab Twitch im Hintergrund laufen. Nehm die Fensteraufnahme von Twitch. Skalier die klein. Pack dich rein. Fertig. Ganz easy. Ja, bitte? Also ich bin auch die ganze Zeit bei dir zuschaut. Also nennen wir... Emma? Ich nenne mich ja nicht Emma. Emma ist... Ich nenne mich... Eigentlich hab ich sonst immer Juna. Weißt du? Aber wir haben ja jetzt nicht Juna. Jetzt kann ich mich Juna nennen. Ich... Wir müssen Emma in Ehren halten, weil Emma nicht da ist. Ich wär relativ für Penis. Dann wär ich für Eierkraulen. Will mal Eierkraulen. Wie nenne ich mich? Tommy, Merkur. Warte. Will mal Eierkraulen. Eierkraulen ist schlechter Vorsitzender. Will mal Vorname Eierkraulen. Will mal Eierkraulen. Will mal Vorname und Eierkraulen ist Nachname. Will mal Vorname Eierkraulen. Die von Persona. Bisschen an, Digga. Lady Anne aus Persona 5. Die find ich auch gut. Bro, gar... Ja, hab ich noch nie gespielt. Juna mag ich aus Final Fantasy X, aber wir haben ja jetzt eine Juna. Jetzt kann ich mich nicht mehr Juna nennen. Und Hitman heißt auch Juna. Juna ist jetzt... Kann ich nicht mehr machen. Jetzt entweder Senna oder Anne. Aber Anne klingt komisch. A-N-N-I-S-K-A-N, so werde ich geschrieben, du Huren. Klar, Nni. Das einzige, was ich nicht kapiere, in Persona, ist der... Der alte gestirbt. Äh. Hä? Ich war doch eben schon auf Submit und Enter und Drückt. Jetzt muss ich nochmal hier. Das kann ja nicht sein. Klar, Nni, du musst das alte 10 machen. Sonst ist das Pokémon-Prinzip schon wieder zerstört. So ist das Pokémon-Prinzip schon wieder zerstört. Ist Information korrekt? Ja. Nein! Du bist keine Sitzung. Ich würde 33 machen, wenn ich könnte. Aber Hitman gleich nicht. Du bist 33 Jahre alt? Doch schon so alt. Von mir aus. Klar, Nni, hast du überhaupt... Du möchtest Autosave-on-Saves-Game-automatisch-every-time. Ja. Du hier at Pokémon Center. Ja. Du kannst die verschiedene Sitzungen in der Optimist- So alt. 33 Jahre, jung. Los, Jitz. Ich glaube, ich bin gerade dran. SIRF-Company is now proud to announce the new product that will revolutionize Pokémon-Battling. Introducing DNA-Splicers. This revolutionary new device extracts the DNA of two Pokémon and combines them to create an entirely new species. Kannst du aber bitte dich... Kannst du aber bitte... Das gibt's Orange, ne? Select any two Pokémon. Use your DNA-Splice. Kannst du bitte aufhören? And just watch the magic happen before your eyes. Also wir nehmen zwei Pokémon... Kannst du das Spiel wieder auf Deutsch stellen, danke? Das gibt's leider nicht auf Deutsch, soweit ich weiß. Ja, schön. Aber ich musste leider aufhören. Fusionierte Pokémon können Moves-Slammen, die beide... Bitte hör auf. Von beiden Hälften. Bitte hör auf. Gives them an edge of over... Was sie doch stärker macht als regularer Pokémon. Regular, regular. And you can now try it on your very own Pokémon. Nein, ich hör nicht auf. DNA-Splicers. Now available for purchase at every Pokémon. Yay. Bitte hör nicht auf. Pokémon Infinite Fusion. Oh, ein Tauboga. Oder Taubus? Ich weiß es nicht. Beides. Moin, Italy! Wie geht's dir? Schön, dass du reinschaust. Oh, und da sind wir schon. Und wir haben eine... Ich kenne leider die Tastenkombination, nicht S. Das ist eine Wii. Wohl. Ah, S kann ich rennen? Ah, P ist ja! Ich kann gar nicht... Ich kann gar nicht... Es gibt keine Wii im Zimmer Keine Wii im Zimmer Es ist keine PS4 Es ist keine PS4, Mann! Go Sony Wollen Sie sich auf? Ja! Wir können es wieder umziehen Erstmal ein PC hin Was wollen wir machen? Item? Mailbox? Nothing! In turn Mailbox? Mal gucken, wer uns geschrieben hat Keine Mail Cool Klar, nicht schreibt keiner Kein Schwein schreibt mich an Cool, hast du deine Ruhe Oder leg das nur an mir, dass ich das geil finde Forscher Tom will das erste Mon sein Welche Fusion Erstmal Mon Mon Zena, wir haben ein Lied für dich Es ist von der Pokémon League Hier, öffn sie Was steht denn da der Typ rum? Dear Zena, we are pleased to announce That your Pokémon League application Has been accepted Das habe ich mir schon immer gewünscht Ich wurde endlich akzeptiert von der Pokémon League Ja 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 geil, Alter Ein Desporter mit Glurak Ein Desporter mit Glurak Nein, da muss ich aber erstmal Glurak und Desporter finden So what did it say? They accepted your Pokémon Trainer application? Zena, that's amazing! I'm so proud of you Ja, jetzt lass mich hin Oh Isn't Blue that boy next door Receiving his first Pokémon today? As well, I overheard Professor Oak Talking about it Hm, what is that name? You'd like to call him again? Uh Arschcakes Really? Wie alt bist du fünf? Ja Oh yes, that's right Well, I'm sure that you and Arschcakes will have a ton of fun on your Pokémon journey together Well, that's it dear I'm not holding you here any longer Go have fun on your adventure Oh man, I don't want to win Is that Arschcakes? It's awesome that you're finally becoming a trainer It was Arschcakes Give me the shoes You should go see with the Oak Get your first Pokémon head Hey Arschcakes I'm finally 11 years old Now I get my Pokémon Oh, there's Arschcakes Yo Senna Guess who just got accepted as an official Pokémon Trainer That's right, me I Yeah, I What have you heard? Oh, you got a letter too? I'm surprised that you let... They let you in I didn't think the standards were so low Arschcakes Well, I guess that's important in bragging about mine now then Anyway, Grams told me he's going to give me my first Pokémon 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 What have you done? What have you done? But he told me to wait for him at the lab See ya Tschüss Arschcakes See ya Pfff Digga, you're the ass Why don't you have a diamond? What can't you do? What can't I do? I can do everything You can't do that, man It's just too far It's not okay Okay, stop it Hey Arschcakes Gramps told me to wait for him here Stop bothering me I just need a Pokemon This is Professor Oaks' Pokeball Better not touch it This game leckt übelst Warum auch immer It's a Emulator Is Hast du das nicht gesagt? It's a Emulator Aber I mean Andere Emulatoren laufen wesentlich besser Im Nein Also ich hab an Smash Bros auf dem Emulator gezockt Also M60 Emulator Und da war's genauso scheiße Weil du VIP bist, Forscher Tom Careful I stopped you just in time There are hostile Pokemon that way It's dangerous to go without a Pokemon Speaking of which I almost forgot Isn't today the day You're supposed to receive your first Pokemon? POKEMON Come Follow me to my left It's getting late I'll be better to talk To talk here Okay Yeah It's time for you to set you Set out on your journey Go and grab your Pokemon Off the table No fair Why does Senna always get to first No Front You get one too Blue Arschkeks Be patient Arschkeks Why does Senna always get to know his name? He's called Arschkeks Why Maybe the English teacher Because you have not Is this not Is this not the first You have to play the first part? This ball contains Bulbasaur The grass Pokemon Do you want to choose Bulbasaur? No Jesus Of course Charmander is for the weak This ball contains Charmander The fire Pokemon Do you want to choose Charmander? Yes No Charmander is No If you took Glorak Hello Senna obtained Charmander Would you like to give a nickname to Charmander? Hmm Wer möchte Charmander sein? I I Wie Wie geht es dir? Ich hab gesagt Ich Ne Tommy hat schon gesagt Er will Glorak mit Despotar sein Also Nennen wir das Forscher Tom Hauptsache ich hab das gesagt Ich bin jetzt der Boah der macht sich jetzt ein Bisa-Sam-Schigi DNA-Splicer So I used to combine the DNA of two Pokemon together To create an entirely new species of Pokemon I would give you some as well Senna But Unfortunately This was my last pair Good luck on your journey Was Is Miechhre Not so fast Senna Was is Miechre Das 1 Das 1 Is Miechre Ich erinnere mich an den DNS-Kyle. Das erinnere mich voll an den DNS-Kyle aus Pokémon Weiß 2 und Schwarz 2. Aber mich auch. Ziemlich chillig hier, aber Internet im Urlaub zu schlecht, dass ich durchgehend Streams schauen kann. Verstehe. Aber ich hoffe, du hast trotzdem Spaß bei ihm. Wann bist du denn wieder zurück aus dem Urlaub? Wann können wir mit dir rechnen? Wir haben dich gestern im Turnier etwas vermisst. Wir vermisst. Plan die der Englischlehrer, der bald zu einem afghanistanischen Lehrer wird. Meinst du? Da muss ich auch noch ein bisschen... Let's have a battle to see how much a Pokémon gets when it's fused with another one. Was? Sprich's afghanisch? Sprich's afghanistanisch? Afghanistanisch, ja? Rivalde Arschkakes would like to battle. Rivalde Arschkakes send out Squirtersound. Ich spiel... Äh, weiß was ich sprechen kann? Weißt du was ich sprechst kann? Wieso? Dann hört man die im Discord ja gar nicht mehr. Ende der Woche circa? Das klingt gut. Was will Forscher Tom do? Forscher Tom, let's fight! Benutze Kratzer. Die Stimmen nerven mich ein bisschen. Oh, seid mal ein bisschen weniger nervig. Wir sind ein bisschen weniger nervig. Bisschen weniger nervig. Okay. Der Foe's Squirtzower used growl. Okay. Was für eine schwache Attacke von deinem Squirtzower. Forscher Tom's attack fell. Oh. Wir haben weniger attack, Tom. Was sollen wir tun? Oh mein Gott! Ich glaube, es ist Zeit für einen weiteren Kratzer! Los Forscher Tom! Setz Kratzer ein! Oh nein! Squirtzower benutzt Tackle und macht ganz schön viel Schaden. Ich kann's nicht fassen. Was können wir jetzt tun? Oh nein! Ich wurde besiegt! Los! Kamehameha, Bisschen! Forscher Tom! Kamehameha, das Vieh weg! Das ist ein schwacher Kamehameha. Das wird nicht funktionieren. Kratzer. Oh, Tailwhip. Das wird nicht funktionieren, glaub mir. Das ist der falsche Film. Unsere Defensive ist gefallen, Forscher Tom. Jetzt wird's kritisch. Aber weiter geht's mit Kratzer. Uff. Exciting. Oh, das sieht gut aus. Nein. Forscher Tom! Ich hab's getrunken. Oh Mann! Du hast ihn auf dem Deckel gekriegt. Oh nein! Bitte helfen Sie! Was will Forscher Tom nur tun? Bitte helfen Sie mir! Kratzer! Nochmal! Los! Zerkratz ihn seine fucking Visage! Kratz ihn die scheiß Augen aus! Los gehört bis vor Belieb'n ihm. Papa! Schon wieder Hutenschlag oder irgendeine Scheiße. Defensive, schon wieder gefallen. Das ist richtig. Jetzt streng nicht an, Forscher Tom. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Ein finaler Kratzer. Und dann haben wir... Den kam hinter uns. Dann ist das Feedback. Schieß ihn auf, ja. Und... Ja. Weg gemacht. Ehre. Squirt Tower fainted. Forscher Tom erhält 67... Experian Points. Experian. Und... Das reicht für ein Level ab. Forscher Tom erreicht Level 6. Ich drehe hier komplett durch. Das macht mir jetzt schon Spaß. Wenn das nur alles mal ein bisschen schneller hin würde, es ist einfach so fucking langsam. Boah, und die XP-Leiste steigt weiter. Unglaublich. Die klettert hoch bis... ...im 13. Stock. Zerner besiegt Arschkeks. I don't believe it. How could my cool-fused Pokémon lose? Her mit deinen 80 Dollar. Du hast das wie so eine richtige... Du hast das wie eine richtige Karen gesagt. Also das war ja voll widerlich. Wie... Was? Wie eine Karen. Wie eine Karen? Das sind diese... Weißt du nicht, was eine Karen ist? Nee. Au... Anyway, I'm off to collect Gym Badges. Moin, Piccaro. Was geht denn hier? Wir spielen Pokémon Infinite Fusion. Wo man Pokémons fusionieren kann. Und neue Pokémons kreieren kann. Awesome. Und Arschkeks geht jetzt los. Erstmal was trinken. Erstmal was trinken. Wir riechen uns später. Ich will nicht an dir riechen Arschkeks. Das ist widerlich. Zerner, bevor du riechst... Can you please do me a favor? I need you to pick up a parcel at Viridian City's Pokémon for me. It's just down the road, but I forgot to pick it up earlier. 2... Fantasiefreien Lauf lassen, würde ich sagen. Na, absolut. Wir müssen jetzt irgendeine Scheiße abholen. Down the road, also nach Süden. Ein Stück Scheiße. Down the road. Die Straße runter. Aber eigentlich, wenn du die Straße hoch. Vielleicht ist das nach Süden, ne? Ja, ich hab eben geguckt. In Süden ist nischt. Down the road. Die Straße runter. Was ist... Das sind zwei verschiedene Sachen. Zwei verschiedene Sachen? Ja, down the road. Die Straße runter. Ja, wie das zweite Road, man sieht. Ich steh auf die Musik. Battle motion. 3D-Mode. Battle-Scene. On. 3D-Mode. On. Das Spiel leckt zwar so schön wie Scheiße. Warum auch immer. Battle-Style. Den hast du jetzt immer. Bis ich dir, äh... VIP wegnehme. Forscher Tom. Oh. Hab ich auch VIP? Ich glaub nicht. Ich glaube doch. Schreiben sie mal rein. Controls. Was haben wir denn hier? Ach hier, jetzt hab ich ja doch sowas. Kann ich vielleicht doch mit dem Controller spielen? Das guck ich mir mal off-stream an. Erstmal machen wir... Machen wir so weiter. Mann, 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 Mann. Das leckt hier wie Hölle. Das kann ja nicht sein. Oh, ein wildes Projekt. Das leckt halt an der Scheiße. Ja, Mann. Aber ein wildes Lame Spiel ist, kann ich sein, dass es mein Rechner überfordert. Das sagt die Temperaturanzeige. Das überfordert nicht dein Rechner. Das überfordert, das ist der Emulator, wie gesagt. Wenn das über einen Emulator läuft, ist das der Emulator. Weil manchmal laufen die Spiele nicht so. Na, heiße Decke. Ich hab das in der Facecam gesehen. Ein Taubsi. Sollen wir uns einen Taubsi fangen und Luman da mit einem Taubsi fusionieren? Wäre das was für dich, Tom? Ja. Nee, ich glaub nicht, ne? Zeit, aber wir haben auch noch ja keine Poké-Bälle, soweit ich weiß. Muss ich mal ausdecken. Nee, ein Taubsi-Glumaner heißt doch Schott. Wir fangen einfach ein Taubsi für jemand anders. Und vielleicht will das Taubsi irgendwann mit einem anderen coolen Pokémon fusionieren. Wer hätte denn Bock auf Taubsi? Ich will ja nicht, dass ich jetzt das fangen könnte, weil ich glaube, ich hab keine Poké-Bälle. Ja. Wenn wir in dem Tempo spielen, dann sind wir hier noch Jahre mit dran. Füßen dort. Ja. 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 dann töte es forscher tom oh mein gott speedless donated 1 18 das steht da in dollar ich habe natürlich ein euro gespendet die neuen dings ist drin wie du hast die neuen dings nicht drin habe ich noch lange nicht die passen auch nicht so richtig zu meinem kanal ich habe noch keine zeit mich da jetzt macht doch deine eigene du hast gesagt du hast gesagt pokémon du hast gesagt die die nahrer ich habe gesucht ich habe dir gegeben nicht ich nicht schuld dass ich das jetzt ist dass das jetzt nicht passt ich muss einfach noch mal gucken also ja im prinzip finde ich dir schon ganz cool wenn du mal zeit hast kannst du dir auch deine eigene machen so schwer wird das schon nicht sein wenn du es kannst oder du nimmst den kleinen fernseher und schreibst sub oder soll ich sowas rein weißt du mein mann du nimmst den kleinen fernseher du nimmst den kleinen fernseher und schreibst dann das äh subscription rein oder so abo toni weißt du mein mann weißt was ich mein ich hab euch in meinen es wo es nein und ne du nimmst zum Beispiel wasser es war j Seitdem wie ich habe es ist eine konvenient shop so please visit us in der ridian city hier 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 eine kompla eine schöne potion hier 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 Ah, klar. In die Medizintasche. Rein damit. Lani, jetzt geht's gut. Ja, da hören wir noch. Na, dann lassen wir machen. Ich hab auch nicht. Mimi! Er ist Mimi! Mimi ist hier! Er ist Mimi, also. Ja! Mimi hat euch doch jetzt schon besiegt. Los, Forscher Tom! Zerstör Mimis, Pokémon! Pokémon! Zerkratzt das, Taupsi! Nee, wir geben hier nicht auf Pokémon. Sorry. Autsch! Was geht's aber los hier? Was macht denn das Team mit uns? Ey, ich sollte ein bisschen Potion benutzen, ne? Sonst schaffen wir das nicht. Fünf? Boah! Ich überlege den nächsten Attack nicht. So ein Kack! Was für ein harter Kampf, Forscher Tom! Katze, los! Ich geh jetzt offen an. Was, du gehst jetzt offen? Ja, ich geh jetzt, ich geh schlafen. Oh! Oh! Hau rein, Screamy! Bis morgen! Ich denk... Ja, was heißt ich hier schlafen? Ich denk mal, ich komm mal auf'n Handy rein, in den Stream. Nee, kein Zeit, Tommy! Forscher Tom, die hat 22 XP-Points! Und! Bis dann! Bis dann, Sie! Bis dann, Sie, Denne! Was? Wann? Ich habe ein paar Hit-Points! Ich bin ein paar smarter! Hm, das ist gut, ich denke. Sennah hat die Minna verletzt! Ja, einfach. Ja, also... Es ist eine Potion, die Minna. Ja, nicht so cool. Nicht so geil. 64 Dollar von Mimi In 4 Minuten muss Tommy off Ja scheiße, dann muss ich in 4 Minuten Du musst nur so lange bleiben, bis ich mir ein neues Pokémon gefangen habe Das ist keine Wahl, sonst habe ich kein Pokémon Du kennst die Regeln Gleich nicht mal mit Glumanda Gebe ich hier das Glumanda, mein stärkstes Pokémon, an den, der um 11 offline muss? Kann man aber nicht machen, oder? Du machst mir das Spiel zur Hölle Oh, du hast Grün gelernt Jetzt kann ich meinen Glumanda nicht benutzen Kennst du doch, da habe ich aber auch selber nicht dran gedacht Das ist schon jetzt eine miese Nummer Ich bin auch geäldig Ganz zu Recht, Forscher Tom, ganz zu Recht Du nutzloses kleines Glumanda Rad Rad Fronten, ich heiße mal Fronten Lani Ja Ich habe eine Idee, ich will Ich habe eine schöne Kreuzung Warte Paukschön, Rad Kaukschön, Rad Scheiße, wir schaffen den Kampf nicht Run Run Ey, wir haben nichts zu heilen Wir haben nichts zu heilen Oh, Scheiße, muss ich auch durch. Oh! Run, Tom! Run! Oh, das schätze ich nicht. Das ist 4 HP. Oh, die muss ich auch noch mal durch. Oh, fuck! Ich jetzt hier sterbe. Was heißt hier? Nee, durch. Oh, so ein Rastplatz ist auch schnell. Nicht, dass man jetzt nicht wegkommt. Ab zur Mutter. Oh, okay, alles gut. Puh. Ab zur Mutter. Die halten uns auf Pokémon, glaube ich. Ist doch so. Oh, ist das laggy, du. Also, nicht wundern, das ist nicht nur im Stream laggy. Das laggt auch hier bei mir so. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, hier. Mach mal los. Pflege. Pflege meine Pokémon-Mutter. Also, take care of yourself, sweetie. Okay. So, und jetzt, äh... Jetzt auch mal Beeilung hier, dass wir endlich mal ein Pokémon bekommen. Rat. Sekunden Ballon. Ich renne schon weg. Ich kämpfe jetzt nicht mehr. Ich renne einfach, dass ich möglichst schnell hier Pokébälle bekommen und dann Pokémon fangen kann. Geht nicht, Tom. Geht nicht. Mit dem Brandy, dann werde ich auch was machen, Brandy. Du auch! Ja, ich hab morgen Schule. Scheiße, Schule. Jetzt planen die denn, geh du für mich zur Schule? Dann ist das alles okay. Den würd ich machen. Nee, nee, passt schon. Dann planen die gerade mal, welche Klasse ich bin. Dritte? Ja, ich bin Dritte. Ah, ja. Ja, das ist das Zehntel, oder? Dreimal sitzen geblieben. Schnell ist es. Am Arsch. Nein, du redest gerade von dir, also. Was? Von dir? Naja, wir reden gerade hier von dir, oder? Mit den Dreimal sitzen bleiben, oder? Sorry, dass ich das hier so ein schönes Herz habe. Nee, ich will das mal hin. Ich will es das hier unter dir nehmen. Egal. 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 Als letztes, bevor ich gehe, gönne ich dir noch was zum Trinken zu sagen. Ah, lecker, lecker Fischi. Fischwasser. Das hört sich komisch an, lecker, lecker Fischi. Das hört sich komisch an. Hey, du Benge. Fisch. 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 Du kannst immer alle Dinge lernen, an der Pokémon-Akademie. Scream immer noch am Start! Ich bin hier mit meinem Kopf. Hallo und willkommen zum Pokémon-Center! Wo wir die gesamte Pokémon zu vollen Gesundheit haben. Würdest du dir resten? Nein, es ist nicht voll. Das ist nun. Have you seen the Pokémon Spearow? I will trade my Bellsprout for it. Nein. Oh well, this is too bad. When will I ever find a Spearow? Pokémon-Centers are so convenient for trainers like me. They heal all your Pokémon completely and they don't even charge you anything. So China smart in number zu sein. So, wo ist denn hier der Pokémon-Markt? Hast du den Pokémon-Markt gesehen? Dein Taupsy? Man, I wish they wouldn't let me fight in the trainer house. Pidgey and I have a lot of training to do before we are strong enough. Das ist auch nichts. Wir müssen hier irgendwie zum Pokémon-Markt. Und für den alten Sack was abholen. Ah, hier ist er doch. Rein! I need to stock up on potions to heal my Pokémon after battles. Oh, and I should get some Pokéballs too, while I'm here. Ich auch. So, ein paar potions. Hello, can I help you? A parcel for Professor Oak? Yes, of course. I've got it right here. Oak's parcel. Was ist denn ein parcel? And as part 4 of a special promotion we are giving out 3 DNA-Splicers with every parcel delivery. So, here you go. Endlich ein DNA-Splicer. Bro, ich dachte ich könnte den Stream noch eh nicht gucken, aber geht leider nicht. Ich bin viel zu müde. Screamy. Macht nichts. Ich wünsche dir eine schöne Nacht. Did you come here to buy some DNA-Splicers? Everybody is going crazy about them. Wie, noch einen? Ach, man muss DNA-Splicers pro... Man kann das nicht dauernd machen, man muss immer neue holen. Aber eigentlich... Eigentlich will ich Poké-Bälle, verdammt. Mann. Forscher Tom ist schon lange weg. Und ich kann hier keine Pokémon fangen. Jetzt muss ich wieder zurück zu Eich. Das ist ein Invaliden-Trottel. Komm schon. Laufe. Laufe. Ich habe hier nicht irgendwo noch einen Poké-Ball gesehen. Ja. Moran-Berry. Oho. 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 Danke für deinen heutigen Support. Und ich danke dir, Screamy. Los, Forscher Tom. Mach deine Forscher Tom-Attacken. Loot. Los. Los. Wie. Waschenton Gate 21 mit Experience Ports Ich darf ihn eigentlich gar nicht trainieren, ich darf ihn eigentlich nicht trainieren Das verstößt wegen meiner Challenge Wir fliehen jetzt, wenn noch ein Kampf kommt Was ist eigentlich hier drin? Das ist doch Arschkakes Haus Hey Senna, Arschkakes told me not to give you this map So here you go Hope you find it useful Oh, hi Senna What's that nickname you like to call Blue again? Ah, ich kann ihn umbenennen Arschkakes ist in Ordnung Oh, yes, I remember Arschkakes That's a good one Well, have fun on your journey, Senna And make sure to come back and visit Us in Pallet Town once in a while Nein Sen ich die Arschkakes umbenennen Hey, Eich Oh, Senna How is my old Pokémon doing? Well, it seems to like you a lot What? You have something for me? Senna delivered Oak's parcel Oh This is the custom Pokéball I ordered Thank you And I can see They gave you some DNA splizers as well How convenient But of course You need a second Pokémon before you can use it Here, I give you some Pokéballs So you can catch some Pokémon to try it You can always defuse your Pokémon Ah, defuse your Pokémon If you don't like the result But it will lose some experience in the process Aha Interessant Also wir können auch wieder rückgängig Auf EXP kosten Cool There's also another thing I forgot to give you your Pokédex Before you headed out Zena obtained Pokédex I already gave my grandson his Before he left The Pokédex automatically records data Pokémon you've seen or caught It's a high-tech encyclopedia There are over 102.000 species of Pokémon When you consider Pokémon Fusion So I cannot possibly accept you to complete it But you should still try to catch As many different species as you can Moin Flexi Schön, dass du reinschaust Ich bin froh, dass du da bist Ich habe gerade nur Forscher Tom im Team Und ich brauche ein neues Pokémon Möchtest du gerne ein Taupsi oder ein Radfratt sein? Andere Optionen habe ich gerade nicht Aber wir können später fusionieren Ich werde jetzt für Kanalpunkte Ähm Werde ich das mal einstellen Momentan ist es noch umsonst Später Kostet es Kanalpunkte Die Fusion zu machen Now go Your journey to the Pokémon League Starts now Also noch eins, Lixi Was willst du für ein Pokémon sein? Radfratt oder Taupsi? Was darf es sein? Taupsi Alles klar Jetzt gucken wir mal, dass wir jetzt gut auf sie kommt Aber ich fahre jetzt gerade Trotzdem Wann kommt nochmal Pokémon Dienstag, Donnerstag, Samstag Wenn du nach unten scrollst Habe ich dann eine Info Wann was es kommt Stream-Info So, das sieht doch gut aus Ich frage es jetzt Wer möchte Radfratt sein? Weil ich bin nicht sicher Ob ich die Pokémon später nochmal umbenennen kann Und wann das der Zeitpunkt ist Wann ist Barto, ist Barto noch da? Oder Picaro Ist Picaro noch da? Na geil Ich kann das Spiel jetzt nicht Wir machen einfach Screamless Undatically Ah okay Komm schon Taupsi Ja, da ist er Level 2 Taupsi Das wird ein Spaß Ich kann erstmal schön trainieren hier mit Flexi, damit wir die Arena schaffen Ja, da ist er Ich blanke den Nervensohn mit, passt. Machen wir so, Flex Light YouTube oder einfach Flexi? Wir haben ein Problem, Flexi ist noch am Start. Hm. Hm. Ja. 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 Das ist ein Froscharton, das wir noch mitnehmen. Dass ich viel zu viel esse und ich wollte nach Tipps fragen, ich konnte nicht mal fragen und direkt bannen. Auf welchem Kanal war das? Ist doch nicht doof. Ich muss hier schnell ein Pokémon fangen gehen. Ich habe einen Taubsi und einen Radfratz habe ich schon. Du kennst ja auch ungefähr die Pokémon, die man am Anfang fangen kann. Ist ja irgendwelche... Boah, das ist schon ein Trainer. Kann ich den erstmal umgehen? Nein, kann ich nicht. Ah, das nervt mich. Ach, so ein Mädel, aber ein Mod hat nicht gebannt. Ja... Ja... Das sind so... Gerade beim Vipen-Streamer sind Mods oft sehr übereiflich. Ja... Der Beschützerinstinkt kommt da durch. Obwohl es nichts zu beschützen nimmt. Ja... Gestern war doch Schwertschild. Alle zwei Tage kommt ein Schwertschild. Außer morgen. Morgen ist Retro-Tag. Am Dienstag kommt er so wieder. Dienstag, dann ist auch Samstag. Oh ne, oder? Ey, der macht uns kaputt. Oh nein. Und ich hab nichts dabei. Der macht mich kaputt, Mann. Ach, zum Kotzen. Ich hab zwar mal nicht angeholt bei der Frage, wie alt ich bin. Ich mag es nicht zu sagen. Und wo ich zu spät geantwortet habe, Frank. Ach so, du kennst diese ja. Oh, es brennt. Herr nehmt, dass ich jetzt nicht habe, dass du denkst, dass du nicht mit mir. Ja, ich muss es immer darauf ansprechen, dass sie da einen sehr übereifrigen Mod hat, und dass du überhaupt nicht möchtest. Wenn du dann gebannt wurdest, das wird ihr auch nicht gefallen. Das ist ja wohl nur wirklich kein Grund jemanden zu bannen. Ist es normal in drei Tagen siebenmal Salat zu essen? Warum nicht? Salat ist doch nicht gesund. Ich esse viel zu selten Salat. Ich muss mal die Scheibe abschneiden. Ich liebe Salat. Ja, ist gut. Was ist denn so für Salat? Ist ja irgendein Favoriten. Das nervt mich jetzt schon ein bisschen, dass Porsche Atom hier Level 8 erreicht, obwohl er seit einer halben Stunde nicht mehr da ist. Ich bin so froh, dass du da bist, Naru. Ich muss unbedingt ein Pokémon für dich fangen. Ich verstoß gerade in meine Challenge. Talk to Trainers after battling them. Ein Pokémon. Ein Pokémon. Ein Pokémon. Ein Pokémon. Das geht schon. Na ja, klar. Aber was für ein Salat? Feldsalat. Eisbergsalat. Caesar Salat. Was weiß ich. Mit was für einem Dressing. Gibt es da Riolu? Sicher. Und das Schöne ist, Naru, es gibt nicht nur Riolu. Du kannst ein Riolu mit einem Glurak kombinieren. Und dann ist es ein Glorion. Glorion. Was weiß ich. Und das Pokémon hat denn die Eigenschaften von Glurak und Riolu. Kann denn beide Moves. Also du hast um die 120.000 Variationen Pokémon zu züchten. Also zu erschaffen. Durch Fusion. Aber erstmal brauchen wir ein Riolu. Momentan hast du noch nicht wirklich viel Ausfuhrwahl. Weil ich ja noch nicht so weit bin. Das heißt, du musst jetzt erstmal mit dem Vorlieb nehmen, was du so kriegst. Bauernsalat mit Kraut, Schafskäse und irgendeinem Dressing. Kein Plan wie das heißt. Klingt aber geil. Aber extra Gurken. Das muss sein. Äh, das gibt gerade hier. Das ist ein Mankey. Wie sieht es aus? Wird das ein Mankey sein? Wo ich das auch nehme? Aber ich muss eh hier fusionieren und sowas. Ist ein Mankey erstmal ok? Wenn man ja auch nicht die haben. Da kann's mir später ein Mankey mit Riolu fusionieren. Wenn er dann in Riolu kommt. Ne! Ach du machest mir das auch schwer. Oh ja. Oh, einfach damit ich es habe. Du kannst jetzt aber nicht auf Riolu warten. Ich brauche dringend ein Pokémon. Das, das ist so. Na gut, na gut. Und es gibt hier gerade Kinder mit Riolu. Ich brauche ein stärkeres mit Riolu zu kriegen. Was denn zum Beispiel? Hast du das Spiel hier schon mal gespielt? Also nicht mit Infusion, aber das ist ja erste Generation im Prinzip. Es gibt, glaube ich, auf der Routine noch Nidoran oder sowas. Ja. 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 Sohle, Menke. Hey Blacky Habitag Blacky, hast du Bock auf ein Habitag? Du kannst es später noch fusionieren mit anderen Pokémon Du kannst auch wieder zurück fusionieren Na, wo, wie sieht's aus? Easy, ist das okay für dich? Nehme ich, sauber Ähm, ich könnte schon einen Radfatz, einen Taupsi und einen Mankey fangen Falls du dein Habitag direkt schon fusionieren möchtest Taupsi, alles klar Dann nehmen wir dir schnell noch einen Taupsi fangen Ich hoffe, ich töte es jetzt nicht mit Scratch Könnte er eng werden Boah, mach, fuck So aufs nächste Habitat kaufen Ein Flugriolo wäre es Das ist mir völlig egal Wie er fusioniert Es ist einfach nur die Kanto-Region, beziehungsweise sind glaube ich alle Regionen drinnen Und es gibt Du kannst halt mit so einem Item Pokémon fusionieren Zwei verschiedene zu einem machen Dann teilt sich das auf den Typ Du kannst wie alles miteinander kombinieren Es gibt dann 120.000 Variationen an Pokémon Das heißt Pokémon Infinite Fusion Und äh, ihr müsst euch auch nicht scheuen, wenn ihr jetzt irgendwie Gibt es noch PC Oh, die da ran müssen wir auch fangen Ähm, du kannst hier runterladen 200 MB große Einfach bei Google mal Infinite Fusion eingeben Ich kann es hier aber auch später im Discord Maschen Den Link Das sollte einen Kratzer überleben Das muss ich spielen Super geil, oder? Ich werde es jetzt auf jeden Fall auch öfters mal spielen Seit so vielen Möglichkeiten Ich nehme gerade mit meiner Challenge zusammen Dass jeder irgendwie ein komplett individuelles Pokémon sein kann Ich will ein Feuer Pokémon, das steht fest Wo soll ich denn jetzt ein Feuer Pokémon her? Ja, Hitman Ich war mir gerade mal ein paar Fragen an Also wenn du Metacross und Xerox findest Die solltest du auf jeden Fall kombinieren Und es sieht geil aus Aber auf keinen Fall Tangelos Magneton Das ist ekelhaft Ich kann das nicht entscheiden Das muss jeder selbst entscheiden Und ich werde das für Kanalpunkte machen Die Fusion Und Zurückfusion kostet noch Also ne, ne neue Fusion Den Kurven Ist dann halt eine Zurückfusion Und kostet dann auch wieder Und kann halt so oft man will Hin und her fusionieren Ähm Nickname für Nidoran Der möchte ja ein Nidoran mal sein Komm Naru, ich heb dir jetzt ein Nidoran So ein männliches findest Plani, würde ich da sagen Äh, ist ein weibliches Ach, kack Aber du kannst doch zwei verschiedene Du kannst doch beiden Nidoran nehmen Weil das andere wird ja eh am Ende zu Nidoqueen Also ein anderes Pokémon Als Nidoqueen Ich weiß, wie ich bin Ein anderes Pokémon als Nidoqueen? Wat? Ja, weil die beiden Nidoran entwickeln sich ja unterschiedlich Also kannst du beide Geschlechter fangen Ja klar Ja, okay Jo, Blacky Wenn du Level 100 bist Kannst du ja dann wieder ein ganz neues Denn wir sind wir ja schon so weit Dass du einfach sagen kannst Ah, ich will jetzt ein ganz anderes Und dann kriegst du auch die Carpilz und Lucario Ist kein Ding Naru für den Anfang Nidoran weiblich Okay Einfach Naru Perfekt Einfach das Set schon mal in Tast Und wir brauchen immer noch Ein Habi-Tank Für Blacky Und Hitman Was kann es bei dir sein? Was? Du hast noch kein Pokémon Achso Hab ich doch Gerade ist das Nido oder männlich Wäre toll Für Nidoqueen Hab ich hier gerade Perfekt Was noch an 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 1 Hitman 1 Hitman 1 Hitman 1 Hitman Bist du am Streamer oder was? Ja Pokémon Infinite Fusion Und da ist Blacky! Na egal wo auch funktioniert mit Plantanecto oder Skirad oder was auch immer das ist, das sieht ja mal anders aus Gerade Enter the Gungeon mit einem Monster gespielt, PC hat sich zweimal verabschiedet Enter the Gungeon oder Dungeon? Ich habe gar nicht gehört, was sieht es da aus? Was macht man da so? Fortnite Cup gespielt? Was ist denn? Was ist Fortnite Cup? Geht jetzt Isaac start? Isaac nicht So jetzt brauchen wir noch einen Taubsi! Es ist ein Taubsi! Ich habe einen Taub. Und ich brauche neue Pokébälle! Hey Merkur! Für Merkur muss man ja auch noch eins fangen! Kennst du Infinite Fusion Merkur? Ich bin gerade schon so ein bisschen am Sammeln, dass jeder schon mal sein Pokémon bekommt. Blacky will jetzt gerne einen Habitakt mit einem Taubsi fusionieren, für die doppelte Flugpower. Nee, noch nicht von ihr hört. An die 120.000 Kombinationsmöglichkeiten kannst du jedes Pokémon mit jedem Pokémon kreuzen. Ist auch gratis, kannst du hier runterladen für PC. So. Erstmal was trinken für Blacky. Ich brauche. Schrei mal eine Eins. Dann ist hier der erste Bestandscheck. Sauber. Naru. 1. Blacky. Naru, wer mich verarschen will, kriegt ja nichts. Oh, 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 Blacky. Mach mich nicht unglücklich. 1, 2, 3, Blacky ist dabei. Alles klar. Geheilt sind alle? So, mal gucken, wen wir da an die Spitze nehmen. Level 4, Naru, 5, Blacky. Ich hab mir halt als erstes geschrieben. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das mache, weil ich hab keine EP-Teile, das gibt's hier nicht. Nur der, der kämpft, kriegt... Die Bucke ist super cool, da hab ich gekreift. Super cool. Deswegen mach ich das mal so, wer als erstes schreibt, kommt drin, macht den Trainer, ich weiß es nicht. Da muss ich mir was einfallen lassen. Erstmal machen wir es so. Und später hole ich dann vielleicht EP-Teiler für alle, wenn ich mehrere davon haben kann, dass jeder im Team EP-Teiler hat. Dass wir das genauso machen können, wie auch in Schwert, Schild. Alle zwei, drei Kämpfe wechseln. Ja. Bedeutet natürlich auch, dass wir alle zwei, drei Kämpfe so Bestandscheck-mäßig machen müssen. Und da ist schon das Taubsee für Blacky. Aber... Ich vergaß. Wir haben gar keine Pokobälle. Shit. Aber wir lassen einfach Hintmann trotzdem mal kämpfen. Einfach, dass er ein bisschen EP bekommt. Profi. Also hier sind Profis am Werk. Oh man, das wird ein langer Kampf. Rundfunk. Oh. Oh ich glaube mein N-Attack überlebst du noch, oder? Rundfunk. 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 Müsstest du mit einem HP überleben? Rundfunk. Juuuund. Nächstes Pokémon Wer will kämpfen? Naboo? Blackie hat als letztes geschrieben, also nehmen wir Blackie Verdammt! Verdammt! Los Blackie! Kick! Attacke! Schnabel! Weggemacht Hitman 14 Erfahrungspunkte Blackie 14 Erfahrungspunkte GZ Ich glaube das Spiel kostet uns Jahre Ich guck einfach mal später nach dem Stream oder sowas ob das lang ohne Stream vielleicht auch Blackie hat Skyrim mit Mods ja man aber es bei der Grafik finde ich ist es verzeihbar mit den Nächstes Bye ich will ich will Poké Balls ich will Poké Balls Nehmen wir mal Acht Poké Bälle ran und wir nehmen Potions 1 3 3 Gib her 4 4 4 4 5 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 6 5 5 5 5 6 6 7 7 8 9 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 5 7 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 9 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 16 15 15 16 16 15 16 gewonnen, ja? Die haben sie denn gespielt? Hm. Gott sei Dank, Blacky. Ohne dich wäre ich auch geschmissen. Aber Merkur und Straubi müssen wir dringend mal jetzt Pokémons besorgen. Siebt gerade zur Auswahl Menki, Nidoran männlich, Nidoran weiblich, Habitak, Ratfratz und Taubsi. 1 zu 0 gewonnen. Hm, Toma. Ich weiß nicht, dass der Plan hier alleine im Discord ist, oder? Das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht, deswegen bin ich jetzt da. Das ist doch ein Stream. Hm, hm. Bist du auch im Stream? Ja, immer. Was willst du denn für ein Puppenhund? Digger Supporten, Alter. Ich glaube, mal gucken, ich fange jetzt gerade erst mal ein Eis. Ich habe Roma. Macht, erst mal ein Eis. Nidoran männlich. Ich habe das Dickerchen gemacht. Okay, ich muss erst mal kurz einen Taubsi für Blacky fangen. Wenn ich das Taubsi gefangen habe, dann fange ich dir einen Nidoran männlich. Hast du schon eine Idee, was du deinen Nidoran männlich kombinieren möchtest? Oh, da haben wir das Taubsi. Boah, ich habe da ein Chips. Aber ich glaube, du kannst auch noch ein bisschen warten. Da kommen ja neue Pokémon. Ich gehe mal ein Stückchen weiter in das Feld. Merkur sehr gerne, wenn du willst. Komm vorbei. Wo überlebt das noch? Merkur, gibt es da Spieler? Kann man das schon fangen? Ich glaube, das kann man schon. Wir haben ja 8 Bälle. Also, ich bin mega excited. Meine erste Fusion. Komm schon, bleib drin, Taubs. Mach keinen Shit. Nein! Du blödes Mistvieh. Der Knot rausholen, ey. Komm, hol die Wood raus und liegst es zusammen. Wenn ich nochmal drauf haule, ist es tot. Es sind halt 200 Poké Coins. Und ich habe noch nicht so viel. Wenn du nochmal rauskommst, ich töte dich, du Mistvieh. Mach dich alle. Ich vernichte dich. Ja, Mann. Da bin ich voll dabei. Ja, ja, das hört. Alles klar. Dreckig. Alles klar, ich bin Mistvieh. Richtig Asschi. Zum gleichen Zeitpunkt fällt ein Taubsi vom Dach. Oh, Moment mal. Moment mal. Hätte ich das jetzt auch Poké Blackie nennen müssen? Ja. Ja, wenn das fusioniert ist, fusionieren die beiden Namen. Ist denn Poké Blackie Poké Taubsi oder sowas? Ich weiß es nicht. Das müssen wir jetzt mal checken. Aber mit den Spitznamen sollte das eigentlich nicht der Fall sein, ne? Ich bin jetzt mal in den Bag. DNA Splicer. Moin, Slani. Moin. Moin, Merkur. Schön, dass du mal vorbeischaust. Jetzt machen wir ja richtig Multi- äh, es ist Multi-Stream. Wir können auch, wenn jemand Multi-Stream machen möchte, ne? Da kann man uns beiden gleichzeitig zugucken und wir teilen uns dann unsere Zuschauer. Ja, zum Beispiel. Can't be fused with a side. Fused with a side. Aber, äh, das was ich so strebe, da guckt eigentlich niemand zu. Nell. Oh, es tut vorbeischa. Aber jetzt sieht es nicht vom Spiel aus, ne? Aber das Spiel ist halt schon saualt. Ich hab das damals auch gespielt. Erste Fusion, ja, ja. Exciting. Wie wird's aussehen? Scheiße, das sind ja beides Vogelfiecher. Beides Vogelfiecher. Es sieht einfach aus wie ein uraltes Taubsi. Was? Ja, es sieht aus, als hätten wir mit dem Bein geschossen. Pitro. So schlecht sieht der gar nicht aus. Es heißt jetzt aber Pitro, oder wie? Oder heißt das immer noch? Nee, Pokoblacki already knows Lear. Pokoblacki lehrt Cent Attack. Pokoblacki is trying to learn Tackle. Ja. Ich finde, sie sieht ganz interessant aus, ne? Ich finde auch, ich finde es auch nicht schlecht. Mal Lear weg. Hab Potenzial. Keen Eier. Ja, was ist denn das? Und Pokoblacki, wir fangen uns jetzt ein. Das nächste Pokémon. Muss ja nicht unbedingt Lidoran sein. Wir gucken mal einfach, was wir als nächstes so Neues bekommen für Merkur und Straubi. Wir haben halt schon Lidoran von Gim. Vielleicht ist ja was Nices im Gras, ne? Ja, vielleicht finden wir ja was Cooles. Auf jeden Fall. Und so lange trainieren wir Blackie einfach ein bisschen. Ist doch exciting. Ich denke nicht, dass wir heute schon irgendwie großartig in den Orten angehen werden. Mal sehen, was wir denn so... Guck mal, hier rechts lang. Das ist vielleicht auch noch ne Rote. Nope. Da hat uns auf jeden Fall Ende für den Hubby-Tag ne Bellsprout angeboten. Ne Knuffhensa. Ab Level 100, Blackie, kriegst du dein zweites Pokémon und es hebt auch kein Ende. Wenn du nochmal 100 wirst, kriegst du ein drittes Pokémon und so weiter und so fort. Weil es gibt hier so viele Kombinationsmöglichkeiten. Da können wir unendlich Pokémon vergehen. Unendlich. Ist das ein aktueller Hack eigentlich? Ist das schon älter? Ist das schon älter? Also gespielt habe ich den noch nicht. Ich auch noch nicht. Ich hätte mir einen Kollegen empfohlen. Ich kannte dieses Prinzip für diesen Pokémon fusionieren. Kannte ich schon. Von so vielen Jahren. Aber dass es da jetzt wirklich ein Spiel gehabt, wusste ich auch bis vor kurzem nicht. Die Zeiten sind halt witzig, weil die machen das richtig komisch, die Fusion. Mhm. Zum Spiel können ja gut aussehen, auf weiß. Wenn du level 100 bist, werden wir locker schon einen Carpilz und Lucario haben. Und Pitchi. Komm schon, Blackie. altes Taubsi macht das junge Taubsi glatt. Dann mache ich dich hässlich aus. Und schrumpelähnchen, Alter. Schrumpelbräuler, Alter. Ich finde es lässig. Jetzt kommt das Versuch ins Taubsi in das normale Taubsi. Was macht mehr Schaden? Tackle oder Pack? Tackle, ne? Würde ich auch sagen, eigentlich. guck mal aus. Wollen wir mal so eine Melt-Hand-Box machen. Das ist so viel. Versuchen wir mal Pack aus. Wenn wir nach jedem Fight heilen müssen. Na ja, gerade am Anfang ist unsere Challenge halt mega schwierig. Ich bin so froh, dass Blackie da bleibt, weil wenn ich jetzt Blackie gehen würde, dann hätte ich kein Pokémon, was ich benutzen könnte, dann dürfte ich eigentlich ein weiter spielen. Ach, du meinst, du machst halt die Challenge mit deinen Pokémon, oder? Ja, ja. Deswegen muss ich es so schnell für dich und Straubi einen Pokémon fangen. Und das denn mit der Nasslock-Challenge noch zusammen? Oh, ich finde es trotzdem irgendwie cool. Ja, jetzt stell dir vor, ich habe dich auf 60 trainiert, ewig, leine, und dann sah ich plötzlich zu dir und dann gehe ich aus dem Team raus. Ja, eben, weißt du? Ich glaube, aber nicht im Sinne von dem Streamer und vom Zuschauer, dann würde ich steigern. Ey, Blauny, also ich gehe so im Stream raus, ne, also viel Spaß. Der Robb hier. Es wäre witzig, wenn das alle machen würden. Ja, ich könnte natürlich nicht so bespucken. Aber verloren hättest du ja nicht. Verloren nicht. Zweitens ist ja die Challenge nur verloren, wenn du gar keine mehr hättest, keine Pokémon. Ich müsste halt so lange warten, bis da jemand kommt. Ja, richtig. Aber da ich ja auch kein Pokémon fangen kann, wenn niemand da ist. Boah, hier, ist jetzt schon eine Ratsprats- Raupi-Fusion. Verlösslich. Also, gestern war ich aber echt noch lange da, ne? Gestern, also heute noch. Auf jeden. Das du es gesehen hast. Ja, klar. Ja. Ich fahr, glaub ich, noch bis 8.00 Uhr oder 9.00 Uhr, ich weiß nicht. Geht halt alles, das ist noch die Schlafrhythmus rüber. Aber es ging eigentlich. So bis halb zwei, zwei maximal. Mal gucken, wie lange man... Es müssen ja auch alle in die Schule heute, deswegen ist heute auch nicht so viel los. Ich bin so froh, wenn ich endlich fliegen kann, weil wir können auch hier nicht wie bei Pokémon Schwertschild überall einen Bestandscheck machen. Wir müssen jedes Mal in ein Pokémon Center, wenn wir das machen. Richtig nervig. Oh, jetzt hab ich mal ne Wunderbox. Wunderbox. Ja, hab mal ne Weltanbox hier. Komm, komm. Für denjenigen, der dringend noch nen Habitag mal fangen. Den kriegt man auch nur Fenster für irgendjemanden. Und ich weiß auch nicht, wie ich die Namen nachträglich umendern kann. Das heißt, wenn ich jetzt wegen das Knurfenster tausche, müsste ich eigentlich schon einen Namen vergeben, weil ich nicht sicher bin. Aber es gibt sicher hier auch einen Namensbewerter, oder? Wie war das in Perl? Eigentlich ist es immer ein... Aber halt erst ab einer bestimmten Stadt. Momentan kann man da noch keinen wirklichen Einfluss drauf. Der kommt immer meistens so ab Arena 3, 4, nach Gefühl. Oh nein. Das ist schon halt nicht spät. Oh nein. Oh nein, da kommt Arschkeks. Hm. You don't have any batches, the guard won't let you through. By the way, did your Pokemon get any stronger? Oh, Blacky, jetzt gib alles. Mach Arschkeks, Blatt. Ich guck, der macht uns alle. Der schon level ist wie ein Pitchy. Und der hat sicher nicht nur das Pitchy. Der hat auch noch andere Pokemon. Bestimmt, ich hatte da noch mehr. Ja. Ich hab noch drei Heil-Items, drei Potions. Oh, guck mal, wie wenig Schaden. Scheiße. Oh, fuck. Ich glaub, das war's. Wir dürfen da nicht hin. Wir werden nicht sterben. Obentlich. Die Frage ist, was ist günstiger? Zu sterben oder drei Potions zu benutzen? Gute Frage. Zu sterben. Weil, selbst wenn ich Potions benutze, dann könnte ich immer noch sterben. Gute sehr nicht. Ist ja geil, das sieht aus wie so ein Schrumpel-Hähnchen, Alter. Ist echt wahnsinnig. Arschkeks, auch ein geiler Name. Das macht mich fettig, Alter. Bei den Namen... Ah, ich hab halt auch noch einen geilen Namen. Den muss ich nochmal schreiben. Ich glaub, der ist nicht so legal. Puh. Zurück zum Pokemon Center. Oh, kack, du. Ja. Wir müssen... Oh, ich glaub, ich hätte echt... Muss man wohl ein bisschen trainieren vor dem Keks, ne? Absolut. In der Ruhe, die bin auch dabei. In der Ruhe, die bin auch dabei. Es ist doch kein anderer Weg hier. Es ist kein Weg. Es ist ja der einzige way of knowledge-tittun. Wir gucken hier mal rein, was hier in den Hauses ist. Was ist hier los? Dr. Haus in der Haus. Welcome to Trader House. You can exchange your TP for fabulous prizes. Which prize would you like? Ups. Ich hab keine Ad. Ich hab keine TP. Das war ich. Weg. Kann der was der Ero Keks kommen? Ich krieg kein brauchbares Ero Keks. Kack ab. Nach oben gehen, jetzt auch weiter, oder? Ah ja. Hier geht's auch weiter. Hier gibt's neue Pokemon. Senna. Oh, what? It's me, Professor Ope's assistant. I was doing some fieldwork around here and I came across something. Incredible. You've really got to see this. It seems like there's an outbreak of wild Pokemon with hidden abilities on this root. I saw one of them in this very patch of grass. You can tell when a root has a hidden ability outbreak, by the way, the wild Pokemon sparkles in battles. This is a very rare event, we are lucky to be witnessing, it's so close to home, but I don't accept it to last for a very long time either, so you should try to catch one of these rare Pokemon while you still have the chance. Have you heard of this? Hidden ability? Well, I'd better get back to the lab and tell the professor about this. Good luck. And follow up with your Pokemon League challenge. Okay. Merkur, Straubi, good news. Rare Pokemons here. In high grass. Is this an English game? It's apparently only in English, right? A fucked up topsy. Blackie. Selten, yeah. Aber das sparkelt ja auch nicht, also es hat keine Hidden Ability. Aber wir müssen eh alles platt machen, was uns vor die Flinte kommt. Also Blackie. Genusch die Nabel. Schön, dass du ein anderes da auch sehen. Kann man dir eigentlich danach noch infusionieren, oder wie ist das? Ja, ja, kannst du wieder infusionieren und wieder mit anderen fusionieren. Also keine Angst, wenn ihr sagt, ah, ihr wollt jetzt mal mit dem fusionieren. Ich mach das aber später für Kanal. Vielleicht probier ich mir das mal auch gleich aus. Das sieht interessant aus. So einen Henker hab ich noch nicht gespielt. Mega cool, oder? Die Idee ist schon mega nice. Mit meiner Challenge zusammen 120.000 verschiedene Pokémon-Arten in dem Sinne. Jeder kann irgendwas einzigartiges sein, finde ich super. Ist welche Generation geht denn das eigentlich? Ja, ich glaube, es sind alle Generationen drinnen. Aber ich bin nicht so... Auch Schleid Schild, sicher? Ja, es wird immer upgedatet. Ich glaube, du hast doch alle Regionen. Wir fangen jetzt hier in Kanto an. Und du spielst alle Regionen durch. Das ist krass. Es krägt immer Updates, ist das Ding. Ich meine, das ist eine richtige Arbeit, das zu machen, ne? Ja, ja. Vor allem die ganzen Fusionen, Alter. Hätt ich gar keinen Bock zu. Also ich hab auch schon mal einen Hack gemacht. Ich weiß, ich weiß, was für eine Arbeit das ist. Ein Hacker-Attacke. Ne, Hacker. Das Wind! Das verrückte Wind ist da! Scheiß Wind! Komm, Discord rein! Insider mit ihm! Insider! Scheiß Tider! Was ist so kummelt, dass es so langsamer ist? Ich bin der Pulk da auch nicht wieder auch dabei. Jetzt müssen wir schon drei Pokémon fangen. Jetzt müssen wir Inskyo Merkur fangen, Inskyo Straubi und Inskyos verrückte Wind. Irgendwas wollte ich machen, ich hab schon vergessen. Von anieren. Richtig alt, Timer, Junge. Oh, hier. Ein Sparklinger Ratz-Ratz. Röchte jemand einen Ratz-Ratz mit einer versteckten Fähigkeit? Wäre das was? Nö. Ich? Wer? Nö. Skalab, Jungs. Der Mann hat Kinderbob auf dem Ratz-Ratz mit versteckter Fähigkeit? Kommt auf an, was es ist, ne? Nö, das ist auch nicht. Ich fange das Fähigkeit auf jeden Fall mal. Richtig, der Shiny-Hunter. Oh, ich bin so voll gefresst. Jetzt gehe ich sterben. Irgendwas wollte ich machen, Mann. Mach das, Blacky. Bleib da drinnen, du Ratte. Nein, Mann. Fuck. Nicht so heiß. Und, wie geht's euch so? Ach, das noch nicht im Tackle überlebt. Da haben wir Kevin voll überhört. Also, mir geht's gut. Ja, mir geht's auch gut. Du hast den bisher voll ignoriert. Er kam rein, hat sich so voll gefreut seines Lebens, dass er hier ist. Hallo, keiner sagt was. Wie geht's euch? Sorry, sorry, sorry. Richtig geil. Alles gut. Ich hatte auch Gefühl, das ist ein Mensch. Willst du ein Ratzpratz sein mit einer versteckten Fähigkeit? Ich würde sich auch noch so einen Scheiß andrehen, Alter. Auch mal ab, Alter, komm, ey. Also, ist das jetzt das, sagen wir mal, die Entschuldigung dafür, dass du mich gerade dekoriert hast, um mir einen Ratzpratz anzusehen? RAT? Das hat sogar die versteckte Fähigkeit Tripper. Okay, niemals den Ratzpratz fest verstanden. Ich hebe es mir trotzdem erstmal auf. Ich bin auch, glaube ich, mal Competitives. Kompetitiv. RAT. Richtig RAT. RAT. Muss versöhnen gehen. Na mal, Kleider Ra... RAT 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 Da kommt der Uhu und der ist auch dabei. Oho und bin auch dabei. Beste, Alter. Ich feier den. Oh, Mann, wie lange es dir dauert, Pokémon zu fangen. Ich dreh durch. Was spielst du denn gerade? Pokémon Infinite Fusion kannst jedes Pokémon mit jedem Pokémon kombinieren. Da kommen neue Pokémon-Arten bei raus. Aaaaah... Wir haben jetzt hier gerade so ein verschrumpeltes, altes Hähnchen. Ja, ich kämpfe gerade mit einem Taubsee, was mit einem Habitat fusioniert ist. Und das ist Blacky. Blacky wollte es so. Er wollte es. Er hätte auch einen Taubsee mit einem Rat, eine fliegende Ratte, das wäre doch auch gar... Ich glaube nicht, aber gut. Und hat eben einer von der Champions-League-Finale geschaut. 1-0 hat er... Hat, äh... Die Bayern. Die Bayern. Die Bayern haben das Ding geholt. Aber... Ich sag mal so, jetzt von der Spannung her war das jetzt... War... Ja, klasse. War okay. War okay. Ich frage nicht mehr mal was Neues. Jetzt nur Taubsee ist ein Ratplatz in diesen Feldern. Und was ist das Main-Game davon? Also... Es muss ja ein Spiel für irgendein Mod oder sowas sein, oder? So weit ich weiß, wird das immer eher updated. Und jetzt kommen dann immer neue Versionen raus. Und sind alle Generationen. Fängst in Kanto an und spielst bis zur 8. Gen durch. Ist das ein Spiel, was die... Also was irgendeiner einfach so random hacken stellt hat, oder wie? Ja. Ja, das ist ein Hack. Da steht hier Hacks on stream, Deathklami. Hacks are on fire. The hacks are on fire. On stream am hängen. How much is the hack? Hehehe. Hehehe. Ist Stahl gegen Drache effektiv? Nicht wirklich, oder? Jetzt kommt mir doch mal ein neues Pokémon. Nicht immer nur so ne... RAT. Schlimmes war. Aber wir müssen doch Blacky ein bisschen trainieren. Ja, aber gut, alter. Der will ja gar nicht so ein Schrubbelähnchen sein, alter. Hehehehehe. Hehehe. Hehehe. Er hat einfach keine Wahl. Der hat gleich ein Sklavo, alter. Er hatte die Wahl. Ja, ich hab gefragt, ist ein Habitakt? Finde ich okay. Er meinte, jo. Mit was wird's denn fusionieren? Mit Taubsi? Hehehe. Der zeigt sogar Beine, alter. Das Taubsi, alter. Das Habitakt, oder whatever. Ja. Da stehen alle drauf. Oh, ob unsere Schrumpelstelzen... Äh... Ach, scheiße. Das wird's ja wohl eng. Hehehe. Das war geschehen. Sterb mal hier. Welche Challenge machst du? Machst du ne bestimmte Challenge, oder... Einfach nur... Meine Plemis Challenge, wie immer. Ach du... Jeder mit dem... Ja, dann wirst du auch ein Pokémon sein, aber kein Ratz. Ratz. Na, ich hab dich doch schon gefragt. Welches willst's denn gerne sein? Also... Was kennst du denn das Spiel? Was hast du denn gerade? Wir sind in Kanto. Es sind hier gerade... Ratz. Ratz. Taubsi. Habitakt. Nidoran männlich. Nidoran weiblich. Ah, die Standards. Ja, okay. Die kenn ich ja alle. Dann möcht ich gerne... Nidoran. Weib... Männlich wär cool. Weiblich, Alter. Keine Brüste. Hab ich halt auch schon verteilt, ne? Ich meine, wenn... Du kannst ja immer noch mit ner Fusion... Aber immer noch ein bisschen warten, dann find ich vielleicht auch ein neues für dich. Aber du kannst auch sagen, ja... Das wär auch gut. Ich warte immer noch ein bisschen. Zum Beispiel steht hier ein Knofenzer. Das kann ich hier in einem Habitakt tauschen. Wenn ich jetzt einen Habitakt fange, könnte ich den Knofenzer orientieren. Hast du einen Pikachu? Ne, ich bin noch nicht in diesem Wald. Ja, dann kannst du das ja... Kannst du das irgendwie reservieren oder so? Heißer Wier. Du kannst ja dann sagen, ich möchte das, was du jetzt fängst, fusionieren mit Pikachu. Klar. Ja, das wird echt cooler, ne? Dann machen wir das. Nehmen wir. Das ist schon vergeben oder sowas. Alles möglich. Doch, das ist aber einfach schon vergeben. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Mit dem nächsten zufälligen Pokémon einfach. Mit dem nächsten zufälligen? Mhm. Aber was du noch nicht hast. Was du noch nicht hast. Das ist das Problem. Ich habe alles schon gefangen, was ich irgendwie... Hier ist das einzige Feld, wo ich überhaupt noch trainieren kann. Bitte mal, hier hinten war ich noch nicht. Aber da komme ich nur zurück von... Oh, da ist noch ein Ball. Ich habe hier eigentlich nur ein Feld zur Verfügung. Und das sind Mankeys, Nidoran, männlich, weiblich und Habitacks. Und wenn ich noch weiter gehe, um zu den anderen Feldern zu kommen, dann kommt hier schon Arschkeks. Und Kurt testet mich. Aber den schaffe ich nicht. Weil der ein Level von immer noch um 1 hat. Der Arschkeks. Mankey hält mich hier. Das kann der Poiler nicht mithalten, ne? Das ist natürlich blöd. Mankey ist nischt. Ja, Mankey können wir mal gucken, ne? Obwohl, doch. Mankey ist cool. Ist doch dieser Asse, oder? Ja. Ja. Ja, den nehmen wir. Den nehmen wir. Den mag ich. Ne, ich bin halt kein Biofuckon-Experte. Schäm dich. Ab in die Ecke. Außer die ersten Gen, die kenn ich eigentlich schon. Da muss ich halt nur noch überlegen, wer genau der nochmal war. Aber sonst... Wer bin ich? Wo will ich hin? Was werde ich? Was? Nein, Alter. Was denn richtig? Was die Machomal? Also, ich will Machomal sein, ne? Fangen wir mal ein Machomal an. Ich versuch's. Boah, mach mal. Ach, guck mal. Mal versuchen das ist manchmal nicht so, dass das ausreicht. Sag mir mal, welche Route ich das finde. Keine Ahnung. Du spielst ja nicht. Du bist doch der Experto, Alter. Ich? Ich hab das heute angefangen. Du weißt doch nicht, wo ich Machomal her bin. Ja, da bist du doch bestimmt ein Experto. So, nennen wir das Winston? Gover? Oder einfach nur das Win? Einfach nur. Oder Win. Das Win, genau. Das Win. Das Win hört sich gut an. Oh, der Boss Alo, Alter. Der will's wissen. Erstmal was trinken. Mach du lecky. Genau. Das Win. Ja, der soll's nicht wegfliegen. Ha! Oh, mein Beutel ist voll, Alter. Mein Beutel ist voll. Der muss mal ausleeren, wa? Ah Nochmal Verrücktes Picaro Picaro hat auch noch kein Pokémon Picaro, ab in den Discord Ey, lass doch mal das Dings spielen hier Wie heißt denn das, was wir gestern gemacht haben? Dieses Sketchboard oder was das da? Ja, mach doch Oh yeah, was ne ich da? Mank, ich hab dich auch schon gefangen Ich muss dich nur noch aus der Pension Und ich hab dir schon ein Manky gefangen Du musst mir nur noch sagen Mit wem willst du fusionieren? Mit Rad Du könnt dich grad fangen Mankrad Räti weg War einfach Spaß, die Mann Wie schlägt sich mein Hubby Taubstum? Ey, vom Feinsten Alter, der hat einen Gyros Ball in die Fresse gehauen Das Spiel, das leckt bloß wie Hölle Nicht nur im Stream, auch bei mir Ich weiß es nicht warum Das ist ganz schäbig programmiert Wie wäre das hier übelst? Aber bring Erweiterung raus Mega Beste Spiel der EU Du kannst auch die ganze Zeit wieder defusionieren, Mank Du musst jetzt nicht, du kannst jetzt sagen Oh ja, ich möchte jetzt gerne mit dem Und später sagst du Oh, ich hab keinen Bock mehr auf die Fusion Ich mach jetzt nur meinen Mank Mit wem anders Was gibt's denn für Auswahl? Momentan noch nicht sehr viel Wir haben bis jetzt Ratz, Ratz, Taupsi, Habitak, Nidoran männlich, Nidoran weiblich Manky Und Habitak Boah, Alter Jetzt für'n Stricher Und ich kann einen Habitak fangen und kann es gegen einen Knofensa tauschen Das gäbe es auch Geil, aber alles kommt drauf Alles klar, wenn ich einen Nidoran männlich fange Fangen kann Dann versuche ich hier gerade mal einen Nidoran männlich ranzukriegen Da ist es schon Perfekt, Manky Boy Nein, nein, ich kann doch nicht gegen so'n Ja, prob' ich danach noch Gänzen Alter Okay Oh nein, Pokoblacky ist vergiftet Was soll ich denn mal zeigen, Picaro? Ich hab' die noch nicht gefangen Das sind nur die, die ich fangen kann Die jetzt hier auf der Hute rumstehen Und in den Wilder eingestellt Das wird immer langsamer hier Oh nein Da breit, da macht's nicht mal lang Worüber läuft denn das bei dir eigentlich? Wohin, boah, das ist ein eigenständiges Das ist kein Emulator oder so Das ist ein eigenständiges Das ist ein eigenständiges Spiel Ach so, boah Ich hab' gedacht, vielleicht liegt es eigentlich in der Einstellung oder so Kann ja sein Das ist komplett ausgeschlossen Oh mein Gott Na, ich würd sagen, ein Pack sollte noch gehen, ne? Oder machen wir doch mal nen Tackle Richtig gefährlich, ey Immer auf Nummer sicher Wenn ich jetzt nen Tackle mache, dann sollte ich auf jeden Fall Das Miloran Fang bereit haben Ja, das sieht gut aus Was ist denn das Tourtalk so stark, Alter, von den Alu? Oh, Pokéballs Richtig, ja Da sind noch drei Pokébälle Und kaum noch Pokédollar Dicker, das ist doch total gecheatet Das ist echt viel Mein Starter war ein Glumander Und das habe ich fehlerhaft Forscher Tom gegeben, der immer 11 Uhr los muss Und ich stand nicht da Mit 11 Uhr Schon wieder ohne Pokémon Hättest du es mal Fabio genannt oder Burgtop Auf jeden Werde ich leider nicht Wäre die Enttäuschung nicht so groß gewesen Ja Wenn in den nächsten Tagen nicht mehr so oft da sein Schule, sage ich nur Alles gut, Forti Macht doch nix Das ist kein Grund Achso, und wir wollten mal hier Options Mal gucken, wie lange das läuft, ne? Text Speed kann ich fast einstellen Autosave Custom Sprites Battle UI Fusion Icons Battle Motion Off 3D Mode Off, das habe ich vorhin angemacht, ich habe keine Ahnung, was das sein soll Das ist Battle Seed 3D Module Off Erstmal alles Off, da hier ist ein bisschen Battle Style Menü Frame Font Style Screen Size Pencil Das war's Ey, Speed Speed vom Game Das ist nur Text Speed Das ist nur Text Speed Das ist nur Text Speed Das ist nur Text Speed, die auch in Wahrheit ist, das ist Spiel Speed Das wäre's Das wäre's Ich mache mal hoch Oh nein, Blacky muss weg Mein stärkstes Pokémon Oh Ich wünsche dir was, Blacky Klar Da habe ich gerade trainiert Also dass ich endlich diesen Kampf schaffe Und Text Speed steht schon auf Fast Menk Ich muss mich mal trainieren 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 jetzt Ich mache mal hier einen kurzen Safer Und starte mal das Spiel neu, vielleicht hilft es ein bisschen Nein, das war vorhin nicht ganz so schlimm Probier mal CTL Was denn das? Control Stern Ne, Stern war, weil es falsch geschrieben war oder so Ja, damit kannst du ja rennen, ne? Also das Länge jetzt nicht wirklich weg, aber Aber du hast recht Da kommt so ein Sound Und irgendwas ist schon schneller Ich bin mal gespannt, wie das bei mir läuft Ich gucke mir das mal gleich an Ja, also ich habe ein bisschen das Gefühl Dass es ein bisschen besser läuft mit Control Das kann bestimmt gut laufen, aber die Einstellungen müssen halt richtig sein Das ist immer so Ich weiß ja aus Erfahrung So, mal gucken Aber Menk hat auf jeden Fall Control, das hat ja mir geholfen In den Dinger läuft es jetzt in den Häusern läuft es auf jeden Fall jetzt sehr flüssig Das passt Draußen ist ein bisschen krasser Alter, das Turtog hat doch Steroide gefressen von dem Typen, Alter Der macht dagegen alles kaputt Das ist doch nicht normal Aber ich finde den Namen Menk irgendwie cool Ich finde den Namen Menk irgendwie cool Ich nehme mich mit rein Oder Deoxys, ich nehme mich mit rein Was? Du hast Deoxys? Mhm Crazy shit, Alter Holy fuckaroni, Alter Das muss ich auch haben Burn auf 3D-Mode, Turbo-Mode, Control Oder Reduce Windows-Size in Options Man kann auch Move-Mode bei Activiten die erste Option after pressing f1 alles japanisch hier first option wie es aktiviert wie es sich hier noch auskennt aber ich sehe hier wie ich meine tastenbelegungen machen kann das ist auch neu ja das schwule tanzer die klaro hast du denn nie pokémon gespielt pokémon perl es gibt taubsi ratfratz habitan nidoran männlich nidoran weiblich und menki die sechs gerade aber du kannst doch gerne noch warten picaro und dann kriegst du was besseres sobald ich den nächsten kampf besiegt habe komme ich zu neuen feldern und da gibt es wieder neue pokémon ich schaffte das gerade nicht bei blackie wäre jetzt meine rettung gewesen mit level 6 er hat mehrere pokémon unter anderem level 7 pokémon und noch und noch mal mit 10 8 9 pokémon und ich muss einen von euch jetzt langsam trainieren um an diesen typen vorbeizukommen normalerweise würde ich ja mit glumanda kämpfen aber forscher tom musste ja nach zehn minuten nachdem er sich das glumanda das beste pokémon musste ja oft und jetzt muss ich hier mit habitax kämpfen warum gibst du aus dem lobos die große auswahl aber du warst nicht da ja schiebst du da drauf alles klar ich kann jetzt funktionieren ich wollte bloß das radfranz hier mal boxen das sind meine follow-up boxen und hier ist noch eine gratis box weil das radfranz hat eine versteckte fähigkeit digga der hat doch einen prügel im maul alter das gibt es so nett hast du die versteckte fähigkeit keine ahnung ich will jetzt auch gar nicht gucken aber jetzt wird fusioniert ach komm und am ende kommt dann so ein go geht's heraus mank butters mit nidoran nämlich mankoran er wird jetzt gepusht die gute mankoran vor allem die musst du immer kaufen die kosten 500 ruf wie es aussieht ja man tötet mich warte 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 nido keys data was added to the pokédex pickpin pokémon der mehr nidoran aber wer wollte wer wollte jetzt dieses pokémon sein mc butters oh scheiße scheiße willst du wirklich dieses pokémon haben warum nicht ist doch cool jetzt habe ich aber keine fusionator mehr muss ich erst für 500 wieder welche kaufen und ich brauche den ep teiler damit ich die anderen trainieren kann du hast dir kein patch reingezogen oder du hast dir kein patch reingezogen oder kein patch also hier steht immer full version und eine content patch version es gibt anscheinend so ich habe keine version irgendwie 6 1 noch was ich weiß es nicht ja bei mir steht 4 6 4 6 ich habe irgendwas mit 6 warte warte das kann ich dir sagen äh doch 4 6 0 1 habe ich ja alles klar irgendeine genommen ich denke was sind irgendwo denn diese patch wie du schon gesagt hast kannst du denn halt auf deine game version anwenden dass du halt die neuere version und das spiel ja das spiel ja wahrscheinlich immer die aktuellen pokémon dann rein patchen die neuen regionen und so was das spiel lebt ja das war ich mir jetzt erstmal keine gedanken Ich denke mal, wir haben erstmal genug Content. Aber irgendwann dann halt noch. Jetzt finden wir da schon eine Lösung. Also, bei anderen Spielen gibt's da so ein Programm für das es patched automatisch das Spiel. Aber das ist jetzt glaube ich anders hier. Vielleicht kannst du auch einfach eine neue Full Version runterladen. Kannst dir dein Safe Game darin kopieren und das mit der neuen Version einfach runterladen. Ja, das wird dann auch sein. Also undenkbar ist es gut. Wir werden schon eine Möglichkeit finden. Da mach ich mir jetzt gerade erstmal am wenigsten Sorgen drüber. Das fängt halt immer mit irgendwelchen Personen an. Ich denke nicht da. Gift Kampf? Gift Kampf? Nice. Digga, ich denkst, dein Tourtag hat... Alter, was hat denn der... Critical Hit Rat ich denkmal alt... Neiice... verkappt... Alter, was... Ich weiß nicht... Trinkmal alt... Habe ich? Passiert nicht? Oh Mann, was mit Dreck? Fahrst du einen Tourzonen... Nein, nein, nein. Aber guck, es leckt doch nicht mehr so. Nur noch ein bisschen. Also es hat auf jeden Fall mega geholfen, Bankyboy hier, deine Steuerungstaste. Da bin ich auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden mit. So in den Kämpfen ist es immer noch ein bisschen... Aua. Alter, ab von her. Und vor allem auch die F1-Funktion, dass ich jetzt meinen Controller mal einschließen kann. Finde ich auch sehr nice. Aber da beschäftige ich mich immer Offstream mit. Dass ich hier nicht mit Castle Plus spielen muss. Über den Füßen spielen, ne? Gucken wir uns mal die Schwimmel hier an. Könnte auch schneller gehen. Habt ihr einen linken Discord, ich schieb drei Minuten arbeiten und endlich besser. Sollen wir das machen, ja? Aber jetzt mit einem Link kannst du mir nicht vorlesen, was ich machen soll. Oder kommst du in Discord und sagst es mir? Nein. Also Reserva Detective. Ich krieg diesen Alu und staunen den Wichser. Oh, ich bin jetzt ein Wichser. Ich bin jetzt ein Wichser. Okay, hey guys, und willkommen für ein Pokémon Zettel Omicron. Ein bisschen tutorial, oder, wirklich tutorial, für ein wirklich Indie-Game. Wenn wir uns zu spätigen. So, um... Dann, um... Wann ich schon wieder wieder? Fast. Ja, wie viele wissen, diese Spiel ist ziemlich schnell. Man kann es schnell aufhören, wie wenn man ein PS-Emulator oder ein Game Boy Advance-Tirculator. Die Battles sind sehr schnell, manchmal. Aber, da gibt es eine Art Weg, aber das ist eine Art Weg. Und das ist was ich, weil man sich fragt, wie man es hilft. Er muss ja 10 Minuten lang und eine Minute quatschst, dass das sehr langsam ist. Jetzt würde ich das nicht wissen. Ich muss langsam spielen. Ich war mir verarschend. Ich hab's kleid. Ich weiß nicht, was ist denn da drinne? Cheat Engine 6.3, ist das da irgendwie drinne? Soll ich denn Cheat Engine 6.3 herbekommen? Oh, nein, ich bin so doof. Nein, das magst du nicht schnell hin. Das können wir jetzt nicht über den Stream machen, thank you boy. Aber mache ich das nächste Mal. Das wäre schwer zu beschreiben. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber der benutzte Cheat Engine, was weiß ich, muss ich mir runterlassen. Das mache ich jetzt auf jeden Fall nicht über den Stream. Weil wir haben jetzt durch die ganze Aktion so zwei Zuschauer verloren. Kannst du das nicht machen. Das ist professionell. Irgendwelche Sachen. Drei Minuten Arbeit und so was. Dass ich dabei bleiben würde. Das ist wichtig, aber wir arbeiten am Stream, Alter. Ja, ja. Wo ich stehe auch. Oh, was ist denn hier mit Merkur? Was ist mit Merkur Stream? Was ist mit Merkur Stream? Ich lade mir das gut runter. Ah, steht es denn auch oder was? Wenn es klappt, ja. Ich probiere es mal aus. Das ist alles. Das ist alles. Das ist alles. Das ist so schön. Und was macht ihr denn so? Oh, Zubat! Ich spiele grad FIFA. Ich spiele grad FIFA. Fikaro! Richtig hässlich. Richtig hässliches Zubat ohne Augen. Ey, es ist ein neues Pokémon und das ist selten hier. Das habe ich das erste Mal in Sekunden. Jedenfalls bis jetzt nicht. Ja, es hat aber keine Augen. Also, niemand will zu, Gott. Nee, Digga, der hat keine Augen. Der sieht doch gar nichts. Komm, wir sind X-Bad, ist heftig. Dafür der unsere größteste Augen. Merkur? Ich schau doch mal mit dem vorbei. Ja, kannst du mal einen Namen draufschreiben, wenn du willst. Also, was? Ist die UK gerade gekommen oder was? Ja, du redet die ganzen Leute hier, Mensch. Ja, der Plan hier. Ich habe hier Musik-Tekno Gabba. Ich hab hier Musik-Tekno Gabba. Dann bin ich nicht aufgedreht. Ach, Alter, überhaupt. Wie soll ich jetzt diesen Zubat töten? Niemand möchte einen Zubat haben, ja? Du bist jetzt einfach. Was ist denn mit, ähm, mit, ähm, ähm, äh, mit einem Win? Vielleicht das Win mit dem Zubat fusionieren? NIEMALS ZU LEBEN! Ne fliegendes Affen-Feder-Maus! Ey, der Troi! Äh, wüsste ich, der Troi! Wie geht's? Er steht im Leben, oder? Moin! Nicht mal der Uwe würde ein Zubart haben wollen, also... Es ist ein schönes Corona-Feder-Mäuschen, oder was? Das muss er auch nicht verstehen! Das versteht aber auch nicht, du! Dann hättest du lieber ja kein Pokémon! Ich bin hier so'n'n Schaut drin, oder? Es ist alles bisschen laut hier, Kappa! Machen wir kurz, was der Kuh legt und leise! Ja, was der Kuh legt? Jetzt sind wir auf 100% hier! So, mal ganz kurz Fokus, jetzt schon wieder viel drehen! Nein, jetzt war der Kuh selbst voll-etzt! Ach du bist ja aus dem Urlaub raus. Stimmt ja. Ne, ich lad mich grad zum Pokémon-Hack runter, deswegen dauert das grad bei mir ein bisschen. Und ich bin hier beim lieben Plan hier im Discord drin, ne? Ja, das stimmt auch nebenbei. Das will deine Chance! Tja, der Level ist ja nicht so hässlich. Nice, der Level ist bald fertig. Das freut mich. Vielleicht kriegst du ja noch nebenbei fertig. Oh, der Teo war gut. Okay, die Daumen durch. Den läuft aber nicht so flüssig. Was will das Windu? Steht da in Was will das Windu? Master Windu. Vielleicht kommst du ja noch fertig da drohe. Sehr cool. Sehr cool. Ey, ich steh hier grad 6 zu 3 hinten, Alter. 6 zu 3. Okay. Oh nein. Oh nein. Was ist das? Ich hab auf jeden Fall neue Features. Ah ja, das ist halt cool, wenn es neue Features gibt. Kannst du das ein nettes ausdenken, finde ich. Ich hab' den Füßen holen. Ich hab' den Füßen holen. Ja, ich hab' den Füßen holen. Ja, das ist wichtig. Muss ich mir holen. Ich hab' den Füßen holen. Ja, dann kannst du mir die auch senden, oder, Plani? Ja, oder? Was, Plani? Plani? Ich hab' den Füßen holen. Ja, wir haben jetzt den Zubat gefangen. Letze Chance. Keiner will's. Dann lass' es frei, bitte. Digga, würdest du gerne als ein Wesen ohne Augen wieder geboren werden? Naja, ich würde ja das funktionieren mit einem Augenwesen. Manc hat schon gefunden. Ich hab' den Zubat endlich Augen. Bei mir im Stream kann, äh, man postet Manc gerne den Link. Kannst du dir gerne den Link posten, Mank? Ich bin der Merkur. Ich bin der Merkur und bin auch dabei. Ich bin der Merkur und bin auch dabei. Ich glaube eher, Book of Ra ist auch dabei. Book of Ra? Danke, Mank. Vielen Dank. War doch ein Merkur-Spiel, oder? Book of Ra? Ich glaube, ja. Ja, Mann. Deswegen heißt der doch auch so, oder? Merkur ist ja halt dieser... Ist halt dieser Spielautomat. Ja, Merkur spricht man gar nicht. Ja, sag ich doch. Deswegen sag ich ja gerade. Book of Ra, älter, und Lucky Charm. Oh, hoch drei. Ey, 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 Digga, hier, 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 plan hier. Oh, fuck, wir haben ja nur verklickt, ey. Ich weiß, was wir machen, ne? Wir gehen ins Casino, Digga. Wir gehen ins Casino, da drüben. Geile Idee. Ey, vielen Dank, Mank, ne? Ehre. Vielen Dank. Ich setze 100 Euro auf rot. Anja, muss man ja Pfund setzen da drüben. Jetzt hat er ein bisschen Musik. Und du musst immer die Null absichern. Das weißt du, ne? Boah, ich glaube, Balkan wäre auch auf jeden Fall dabei. Ja, 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 warte. Ich hätte auch bestimmt Bock. Okay, Mank von mir direkt, äh... Das Spiel über Merkur, okay. Mank ist auch ein Streamer. Das ist, äh, voller für Mank da. Das ist voll schön. Und so, wie heißt der auf Twitch? Digga, macht der Werbung. Wie in meinem Chat? Was hältst du von Mank von mir? Mache ich alles für Mank? Ich weiß nicht. Der Uro wird außen vor gelassen, alles klar. Schaut drauf an, wo du die Truppe ziehst, äh, da drüber. Digga, dieses hässliche Mank mit dem Nidoran, Alter. Das ist ja krass. Richtig hässlich. Aber gut. Aber gut, jeder, es hat jeder zu seiner Belebnisberechtigung, ne? Alles klar. Du musst ja auch nicht ewig mit Nidoran hier fusioniert bleiben. Ja, witzig, wenn du noch so'n Affe kippen würdest, ne? Ja, witzig, wenn du noch so'n Affe kippen würdest, ne? Ja, glatt, ne? Selekt schon mal. Noch'n anderen Affe? Wohelang gab's? Ja, witzig, ne? Wohelang gab's? Moppy? Moppy, das heißt, das hat mir echt nichts. Ich hab mal früher ein... Ich hab mal früher ein Rezink-Game gesehen mit Pokémon, das war ziemlich geil. Lätschuss? Ich hab auch mal ein Gameboy-Spiel gespielt, das war richtig geil. Ne, aber ich meine, für den PC, dieses Pokémon, äh, diese Spiele, für diese Programmspiele, da hab ich immer auch eins. Meinst du die Simulatoren, die ROMs? Ne, nicht die ROMs, die Programme, die gibt's ja zum Unterladen. Ja, gibt's das. Pokémon Evolution? Ne, nicht Pokémon Revolution, aber ja, ich hab's auch gespielt. Ja, klar, wie ist ein Gameboy, der Droid. Ich hab'n Gameboy Color. Und ein Gameboy Trans in meiner Termine rumspielen. Pokémon Oranion. Oh, Oranion. Na ja, sag das doch. Ja, ja. Ich hab's mal streamen, finde ich auch witzig. Ja, weil, äh, das Gute darin ist... Ich hatte den grünen Gameboy Color, den grünen, hatte ich. Da hab ich immer noch... Ich hatte'n Pink, Alter. Ich hatte auch'n Pink. Ich hatte grün und Pink. Wenn der grüne irgendwann wegkommt. Ich hatte nur'n Gameboy. Und dann hab' ich nur'n, äh... Und dann hab' ich nur'n, äh... Grünen. Ich hab' nur'n schwarzen GBA und'n roten GBA als Pink. Ich glaub' das Stolzeste, worauf ich am meisten Stolz bin, ist meine, äh, in der Super-Natein-Böcker-Sola, Alter. Ja, ja, ja. Ich bin'm Stolzest drauf. Bleib' doch. Stolzest bin ich auch... Aber was ich gut fand, äh, in Pokémon Oranium, dass es einen neuen Typing gab. Und zwar nämlich den, äh, wie hieß der? Nuklear-Type. Da hattest du ja die Möglichkeit, ähm... Bei dem Nuklear-Type war das nämlich so, äh... Der Nuklear-Type hatte gegen alle Typen mehr Schwäche, außer gegen sich selbst. Ich auch nicht. Und das war dann bei den Gegenschwäche dann auch so. Und ich glaube, in dem Spiel gab's auch mega-Evolution. Äh, Plani, wo kommst du eigentlich eigentlich her? Aus Berlin oder? Aus Sachsen, ey. Ich kann da nen Dialekt nicht ganz einordnen. Sachsen-Anhalt. Boah, ich bin so süß. Ich bin so süß. Ich bin so süß. Ne, ich bin so süß. Ich schmecke gut. El Cino Valt, ist auch ein geiler Name. Ich finde, so ein Filmmusik ist eigentlich ganz relaxend. Würde ich immer gerne. Ich würde sagen, bis Level 8 müssen wir Mank auf jeden Fall noch trainieren. Nidoran Weiblich, hat jemand Lust auf Nidoran Weiblich? Ja. Das nehme ich gerne, ne? Das nehme ich immer gerne. Das wäre es ich. Ich! Gameplay. Ja. Ja. Du willst das Nidoran Weiblich haben, oder? Nein, rückst du? Also niemand, kann ich das töten? Nee, du kannst schon Mepo draufschreiben, das gehört mir. Mepo? Ja, ich nehme es. Nice. Er nimmt halt einfach alles was. Oh ja, schau. Ab in den Streiter mit dem Nidoran war. Ich meine, wenn er 100 seid, dann wird er auf oder wechseln. Gibt's in dem Spiel auch einen Seetal? Natürlich. Gibt alles. Na geil. Weißt du, wen ich nehme. Gibt's auch den U-Volvenspiel, nämlich den. Okay, okay. Weißt du, was wir kriegen mit Nidor-Fuseln? Richtig witzig, oder? Ey, so ein Pokémon mit so einer Bierflasche, ne? Ne, bin da. Oh, man. Ja, Spezialangriff ist, ähm, ist Mundpulver. Bierflaschenwurf. Bierflaschenwurf. Erstmal so eine Bierflasche gegen den Kopf, Alter. Boah, ich glaub, ich werde gleich in Photoshop ein neues Pokémon entwickeln. Ist das geplant, ja? Ich glaub, ich bin jetzt geplant, dass ich es bei dem Heck traden kann, oder? Ich glaub, das jetzt... Ich weiß jetzt, glaube ich... Aber wie, man muss ja irgendwie Mach-O-Mai oder so kriegen können. Ich weiß. Das stimmt. Vielleicht ist es unbedingt durch Entwicklung oder durch Items, wer weiß das? Ich weiß es nicht. Nimm's einfach zwei, äh, Mach-O-Mashox. Irgendwann die vier haben. Fusionieren. Ja, genau. Oder mach doch, Mach-O-Mashox, mach mal. Dann hast du sechs. Das ist den... Ah. Hat der, hat der Nidor-Ramain. Das ist wegen Do. Ja, das passt echt immer noch. Die Wind-Condition, würd ich sagen. Wenn ihr ja gesagt habt... Ja, also... Plani, der fängt sich Pokémon und dann nennt er die... Namen. Als Stadtgründer Albrecht der Bär angesehen, der um 1150 Flämische Sitter in die Gegend holte. Albrecht der Bär war... ...der Gründer von Berlin, oder? Dann... ...hatt ich recht. Ich dachte... Das stimmt, das stimmt. Irgendwie geht irgendwie rausgekramt. So, der Plani fängt mir dann zum Pokémon... ...und dann nennt er sich mit dem Namen... ...also Merkur... ...und dieses... ...lämliche... ...weibliche Nidoran. Das bin ich dann. Wenn ich im Stream weggehe, dann benutzt er das nicht mehr. Das ist eine Challenge von Plani. Ja. Ich muss mal kurz erklären. Das gibt es nicht. Ja, okay. Ja, dann musst du aber hoffen, dass ich drin bleib. Mhm. Ich muss mich näher holen. Ich darf nicht. Ich schreib's einfach mal in den Chat für dich, äh... ...doradroil. Der kann sich das erklären. Ich bin Dr. 3. Ich guck mir gerne Boobies an im Internet. Ja, ist klar. Fuck. Das muss jetzt klappen, ansonsten sterbe ich hier an Gift. Wenn er jetzt nicht drinne bleibt, sterbe ich. Dann war all die Arbeit umsonst. So, Angie. Lani? Was bestellen? Flani? Jo? Hä, wird's ignoriert. Weißt... Weißt du, was meine Meinung zu Nidoran-Mendish und Nidoran-Beidnish ist? Nein. Lächeln. Die hier. Ja. Kannst du mir jetzt nicht schicken. Ja. So, das ist halt Tannys Challenge, das Roy. Ich sag vor, er macht einfach noch eine Nazlog-Challenge damit. Das wär einfach zu witzig. Hahahaha. 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 Nick Nennen. Wir nennen es dann Merkur. Klein oder groß geschrieben? Merkur-DX oder? Ja, ja. Machen wir einfach so. So klein geschrieben. Merkur, wie heißt du denn jetzt auf Twitch? Ich bin hier auf Twitch und heiße auch Merkur-DX. Ach so, okay. Ich bin bei Plani eigentlich gerade zu sehen, aber ich muss den Hack wie gesagt noch runterladen. Das dauert bei mir eine Leitung um die Uhrzeit ein bisschen. Wir machen jetzt einfach ein bisschen Just-Talk. Ist ne coole Idee, ja, ja. Das weiß der Plani auch. Der Plani hat gute Flexe. Hahahaha. Jo, und vielen Dank für den Follow. Sorry, man hat's jetzt nicht gesehen. So, jetzt. Wie Dank, Winst9890, Bora. Danke. Sehr schön. Das Win! Das Win jetzt fremd! Ja, oh Mann. Ihr habt's gesehen! Oh, just one! Scheiß Win! Mein erster MK? Was meinst du denn jetzt, mein erster MK? Boah, Hartgold und Soße war's auch geil. Ja, ist auch geil. Warum spielst du das nicht? Ja, ich hab irgendwas für'n Hack gesucht. War doch geil, Hack. Ich weiß nicht, woher man so'n Hack streamt eigentlich. Der Plani hat irgendwie kein Hashtag. Es gibt leider auch nicht das Spiel zur Auswahl. Ja, ja. Ich muss jetzt einfach das Schild machen. Ach, du hast vielleicht Schild genommen? Ja. Ich hab jetzt Hartgold und Soße genommen, Alter. Such doch keiner. Warte mal, warte mal, warte mal. Ja. Also, ich fand's... Sie dreht sich danach aus, nach Hartgold, Soße und Silber. Sie dreht sich danach aus. Stimmt. Wirklich. Und Sprite-mäßig auch, ja. Ist nur ein paar Sachen geändert, deswegen hab ich das so empfunden. Meadowcut? No, da gibt's noch. Der Plani gibt's noch. Ob man Hartgold, Soße und Silber gibt's noch die Kategorie, also Itsasin wieder ist er. Was ist das nicht? Mittelschläge auch schlauch? Ach toll. Ich bin aber nicht Hartgold, Soße und Silber, ne? Ich bin... Infinite Fusion! Das ist ja schon Wiederspiel. Meadowcut? Ich schwör, dass heute sagt mir gar nichts. Ich glaub du hast keine Points mehr Lani Ja, bitte Oder Merkur Könnt ihr das nächste Pokémon Mero nennen? Geht das? Ja, klar können wir das Was? Ja, geil Wie soll man das nennen? Mero Mero Ja, Mann, Mero Mero End tomorrow, Mann, ja Mero 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 Karatek Das sagt mir nichts Welches Pokémon würde denn zu Mero passen? Er ist ein Rapper-Pokémon, ne? Ja Ähh, gibt's irgendwas dort? Ich weiß es nicht, ähm, Musikkäse Vielleicht Meloetta? Meloetta macht Musik Wunder Plauder-Guy Ja, oder Plauder-Guy? Ja genau, Plauder-Guy Ja genau, Plauder-Guy, wenn du sagst, schon Schönes Mero-Pokémon und dann Früher konnte man ja noch bei seiner Attacke da irgendwas einreden, ne? Er machte die Attacke und dann ist immer das, was man gesagt hat Ja, das war geschwätz Geschwätz Schiff, Stefan mal sagt zu Mero, sagt er das jedes Mal Ne Das machen, das machen die Das ist auch irgendwie witzig gewesen, aber die meisten Leute haben irgendwelche Beleidigungen reingeschrien, alle Ja, das stimmt, das stimmt. Das hast du dich frustrieren, genau. Ey, das hab ich aber auch gemacht, weil mir war damals langweilig. Einfach, ich hab vom Massenarzt gesagt, ja, einfach Ruhe an uns. Ey, ich hab immer gesagt, du Wichser. Der sagt dann Lelele, ja komm, du musst dann Lelele sagen. Lelele, Lelele, Lelele. Lelele, 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 Lelele. Leute, 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 ich hab das Zakian oder wie so weiß, hab ich jetzt endlich schon gefangen. Zakian. Genau. Ich hab ich geschafft zu fangen. Aber es hat mein... Lariomart. Meinst du, du meinst doch Mario Kart oder was laberst du denn auf der ganzen Zeit? Mario Kart, ich schwöre. Ich bin aber ehrlich, es hat vier meiner Pokémon. Meinst du Mario Kart, Mann? Ja, Makro Kart, Alter. Meine erste neue Kart war das für die, äh... NES, äh, für Super Nintendo. Aber warum sieht das denn nicht so aus wie auf dem Cover? Das verstehe ich nicht. Ich zeig dir mal ein Bild. DMK? Ja. Warum sieht denn das, äh, Zakian oder Zakian nicht so aus wie auf dem Cover? Aber... Was hat sich so dieses Schwert oder so... Äh, ganz einfach, weil das, äh... Ganz einfach, weil das eine, äh, äh, Wolfsform ist und wenn du das Schwert, äh, das Eichchen gebst, das Geräusch, äh, das rostet... Bei Rostet ist das Schwert? Ja. Ja. Ja, das musst du ihm geben und dann, äh, verändert sich die Form plus die Attacke von... äh, äh... Ja, ich, ich weiß, dass du es kennst, aber ich hab das hier original. Naja. Können wir mal sehen können. Wir haben hier ein Problem mit Zuschauern von Andy Narlos. Ja, ist hier ein Zuschauer? Ich hoffe, es Menk noch da. Hier ist echt kompliziert. Mit Bestands-Shackern so aus. Ja, flex halt. Wenn ich jetzt hier ein Menki auf Level 7, 8 trainiere und Menk ist direkt im Arsch. Das hab ich damals, äh, als ich hab das erst mal gespielt mit meinem Bruder, aber es war ultra schwer dieses Mal, ich hatte nur eine Steuerung. Die scheiße, die Steuerung. Sag mal, Plani, machst du aus dem Spiel einen Naslock, oder was? Der macht keinen Naslock, nein. Kennst doch meine Challenge. Äh, nicht, dass er aus dem Naslock-Challenge... Was lässt sich dann darauf kommen, dass du eine Naslock-Challenge machst? Ja, Minecraft Weaver ist ja geil, stimmt's. Ja, klar. Aber in Pokémon Uranium zum Beispiel hast du die Möglichkeit, ein Let's Play, äh, äh, Spiel zu machen. Ja, ich hab auch hier die Möglichkeit, warum soll ich das nicht machen können? Wenn dein Pokémon stirbt, dann lass ich's frei. Dann kannst du an jedem spielen. Aber stell dir vor, ich trainier dich und dein Pokémon auf Level 60 und dann soll ich dich freilassen? Der ist geil, find ich. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Ja. Du kannst den Hack hier auch für Spiele gar machen, äh, anders. Alle Pokémon-Spiele. Alle Pokémon-Spiele. Durchgespielt mit einem Pokémon. Mit meinem Starbuck. Aber das ist ja keine Challenge. Na, das ist doch dann die Challenge. Nimm einen Pokémon. Das ist ja keine Challenge. Ein Pokémon ist mega easy. Ja, eben. Du brauchst den X-Angriff, X-Abwehr, X-Initiative und dann zack-zack-zack-zack und bum 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 und alle weg. Das ist aber keine Taktik für mich. Na, aber wenn du die Nass-Lock machst, dann ist das die einfachste Möglichkeit, die Nass-Lock zu gehen. Ich finde, Pokémon X kann man theoretisch immer suchten. Das ist deine Meinung, der Troll. Aber für mich ist Pokémon, äh, Schar 2 das Beste. Mhm. Ja, und? Das hat mir auch mega Spaß gemacht. 3DS broken. Oh mein Gott. Was ist los mit dir, der Troll? Was ist da rum? Ich hab hier zwei 3DS liegen, ja? Zwei. Ich hab drei 3DS. Echt? Drei? Ja. Eigentlich den vierten, aber der, äh, der vierte ist... Also ich hab hier noch einen DSi gehabt, ne, aber... Der ist schon ein bisschen im Arsch. Ne, den hab ich. DMK, ich hab denen jetzt das... Ja. Ich hab denen jetzt das Schwert gegeben, aber das wird halt von deinem Leben dem angezeigt. Der Aldi-Preis, richtig. Aber die Form von dem ist immer noch gleich. Nein, die sind ja... Also, das ist so, du musst es im Kampf haben dabei. Ah, okay. Ach so, okay. Der Aldi-Preis, Junge, der ballert. Das ist, das ist... Du musst ihnen schon das Schwert zum Tragen gehen, sag ich ja sonst. Okay. Weil du kannst es nicht in die Anstrengung. Ja, stimmt, stimmt. Also, musst du schon... Ich hab zwei 3DS. Einer ist komplett kaputt und der andere lädt nicht mehr. Oh mein Gott. Das ist ja richtig schlimm. Äh... Du kannst... Vielleicht liegt es dann aber die Batterie wahrscheinlich am Arsch. Batterie vom 3DS, ne? Oder? Ja, weil es gibt Batterien, die kann man austrafen. Und die sind... Aber das weiß ich, das weiß ich. Das weiß ich. Mir ist ein... Schlimmredier. Ja, ja. Aber ich glaub, so eine 3DS-Batterie kostet die ungefähr knapp 24 oder 80 Minuten. Aber das... Das musst du erstmal selber dann reparieren oder irgendwo, ne? Äh, nein. Nein, nein. Es gibt ja auch 3DS'e, die... Kannst ja unten die Klappe aufmachen. Da war jetzt die New 3DS da mit, oder? New 3DS auch. Ja, der geht hier unten auch einfach auf. Und schraubt. Ja, genau. Genau. Da, äh... Kannst du's auch machen. Weil der hat da auch ne, äh... Ne Batterie. Das ist auch bei den New 3DS SS. Ich hab nämlich, äh... Alle... Ich hab zwar gar nicht... 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 Ich hab zwar gerade nehm bei... Die Stream... Die Cheat Engine. Ist wirklich langsam das Spiel gesetzt. Das ist mega... Abwartig. Ja... Wie ist es eigentlich mit dein, äh... WC? Ist der eigentlich, äh... Er schnell von der Qualität? Oder ist der langsamer? Bei... Plan jeder bei mir? Ne, bei Plan jeder. Mit dem WC. Auf der Leistung. Prozessor. Notebook. Das ist beinerst neu. Game Notebook. Auch relativ neu. Ist ein Jahr alt. Prozessor. Ich hab nen... I7 drin. WC? Der Ladebuchse. Geputzt. Batterie ist schon ausgetauscht? Ach du hast die Batterie schon ausgetauscht? Aber Ladebuchse ist kaputt. Alles klar. Weil ich hätte sonst gedacht, wenn du Gamer-PC hättest, dann wäre das nicht so hart am Lacken. Ne, da auch nicht. Also ich hab nen Gamer-PC bei mir rumstehen. Ich glaub auch nen Gaming-PC. Hm. Aber wenn du es damit angeschlossen hättest, dann wäre alles sogar flüssig am Laufen. Weil die haben ja mehr Leistung und mehr... Doch! Nein, das liegt einfach an der Programmierung von dem Spiel, das ist einfach shitty programmiert. Ist das nicht ein bisschen traurig da, Troy? Als wenn, dass da brauchst du ja kein Gamer-PC, um das, was du hier im Bild siehst, flüssig abzuspielen. Das liegt einfach, weil es scheiße programmiert ist. Gamer-PC brauchst du ja schon für Quality-Games eigentlich. Ja. Ja. Aber wenns an dem Programm liegt oder wie das... Naja, aber es gibt keine Lösung, mit dieser Cheat-Engine kannst du erst irgendwie abspeeden oder sowas. So, wie geht's aus? Hast du bei dir schon... hast du schon gemacht? Neko? Was? Läufts bei dir schnell? Achso, nein, nein. Äh, ist jetzt grad erst fertig geladen anscheinend. Ich muss eben gucken. Oh, sieht gut aus. Aber mit dieser Cheat-Engine, dann geht da ne FDFKS hoch oder wie ist das? Oh, ich hoffe es läuft. Ich hoffe es läuft gut. Sieht aber richtig schön aus. Oh, 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 oh. Meine Ohren. Scheiße, das ist laut. Sorry an die, die grad dabei ist. Ich hab nichts mitbekommen. Er war halt richtig laut. Mein vierjähriger 3D ist komplett zerstückelt. Sorry dafür, Darth Roy, du kriegst jetzt Punkte dafür. Ich hab seine Ohren zerstört habe. Kann ich das nicht irgendwie leiser machen? Das kannst du wahrscheinlich mal auf den... Du hast die Möglichkeit, das auf einen Lautstärke-Mixer zu machen. Ja, ich hab's gefunden. Aber es ist echt laut, ey. Ja, das kannst du auch runterschalten von der... Es ist jetzt auf 7. Ja, du bist erreicht. Sieht aber gut aus bei mir. Läuft es richtig? Bis jetzt richtig schon, ja. Okay. Dann warte mal ab, ob du das Spiel mal so richtig anfängst zu spielen. Kann man das mit dem Controller verbinden oder nicht? Oder muss man das mit der Tastatur spielen? So wie ich weiß, musst du mit der Tastatur spielen. Kannst du den Controller verbinden, wenn du F1 drückst? Kannst du mit Tasten belegen? Ja? Ja? Ja. Ich hab's noch nicht gemacht, aber... Echt? Oh, geil! Boah, die Sprache kann ich nicht nix. Äh... Ich muss jetzt immer mit Tastatur machen. Ich hab's noch nicht gemacht. Ich hab's noch nicht gemacht. Du hast das euren Spiel in der Fusion. 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 Echt? Echt? Ich würd sagen, ich geb dir erstmal ein Bild. Das wird's verdient, mein Freund. Kann man die Kamera blabbern, blabbern? Ich muss mir nochmal angucken, was der Link mir hier schickt hat. Ich hab's noch kurz auf Ingame-Ambulator. Ich hab's noch nicht da. Ähm... ...such für den Bildquellen von dem Spiel. Ich würd sagen. Ich kenn's da auch. Hm, hm. Ich sag's mal, dass... Du findest die Fusion. Um... 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 Um,... Du run shower ich mir mit dem Spiel rum. Ach, es sieht gut aus. Jajaja. Hier. Siehst du auch was? Ja, du kriegst wenig Punkte hindurch. Im Momentade, draw ich. Alles gut. Du kriegst wenig Punkte als Rückerstattung. Dafür, dass deine Ohren zestört wurden. Mhöhöhöhöhöhöhöhöh. Und das ist was ist mit der Plani los. Ich hab mich jetzt das Bild bisschen kleiner eh... Aber es sieht ein bisschen mies aus Ja, so ein bisschen kleiner Ich weiß, wie stehe ich die Sperrung ein? Das ist eine gute Frage Es gibt ja auch eine Sprache, die ich lesen kann Ach, spiel es einfach auf Portuguesisch Es gefühlt irgendwie Button 1, Button 2, Button 3, ich hab so keine Ahnung, was das bedeutet Aber für einen Controller kann ich hier nichts einstellen Na, na, ich dachte nicht wahrscheinlich Also du kannst dann die Key-Tasten einstellen, aber nicht die Controller-Einstellung leider Ich hab nochmal einen geilen SLS-Controller, aber da geht leider nicht Ist der kaputt? Ne, der ist nicht kaputt, aber es geht ja bei dem Spiel nicht Ich muss nicht das Spiel neu starten Das geht nicht Ne, es geht nicht Jetzt zeigt ja Gegen Summer Center Mal gespannt, was da drin kommt Oh, ist was da drin? Esste gerade Currygold extra ungesalzen Krass, ist gut Ist ne Buttersorte, ne? Currygold, ja, ist ne Buttersorte So Weil ich mal nett bin, geb ich dir heute mal 200 Punkte auf den Nacken Also, gönn dir Gönn dir Gönn dir Jetzt gucke ich mal, wie das Spiel läuft Es kommt ja einstehend Text Was? Was hab ich jetzt gemacht? Mit? H? F? On Wenn es da halt Shift Ja, oder? Z, würde ich sagen Menü Frame Oh cool, man kann die Faden ändern Wusste ich gar nicht Ich Meinst du diese, äh, Hintergrund-Frames? Ja, ja, die Hintergrundfarben Oh, okay Das ist ja auch von, äh, Generation 1, 2, 3, 4 und 5 Das ist ja richtig cool Ne, das gab's nur bis Generation 4, glaub ich Echt? Also 5 glaub ich eher nicht Ja, ja, das gab's in den ersten bis 4 Generationen Ich glaub ich jetzt mal Ich glaub ich nehme das Design, was ich auch genommen hab in meinem Spiel Von Pokémon Smirag, das sah cool aus Okay, mach das So, was haben wir hier? Fawn Style, was ist das? Hast du das Infinity Fusion auch gespielt? Oder, oder wie jetzt? Ne, ich spiel's jetzt auch Ne, ich mein, DMK Weil der die ganze Zeit so redet Ja, das hab ich auch gemacht Und ja, genau Ich hab auch einen Controller gespielt Nein, ich hab, nein Nein, nein, nein Ich hab das ja bei Pokémon Uranium gemacht Das ist aber ein ganz anderes Spiel Es ist aber eigentlich nicht selber ein Das konnte man schon immer spielen Aber dann nicht mehr Meinst du das Spiel, was ich grad spiele? Pokémon Infinite? Fusion, oder was? Lelicopter? Was ist das denn im Spiel? Screenshize Ach, man kann Screensize bearbeiten Ach Echt? Das ist ja krass Das ist ja krass Das ist ja krass Das ist ja krass Krass, ne? Nein, ich mein, die Frames Ach so Fawn Style muss dann wahrscheinlich die Musik sein Diamond Pearl mag ich jetzt nicht so Frau Block 100 reingeschissen Ich glaub ich mach Emerald Musik, Mann Mach einfach Let's go Team K hilft dann selbst zu jedem Kommentar dazu Als hat er das Spiel schon 50 mal durchgespielt Nein, aber ich hab äh Aber ich hab fast alle Spiele davon gespielt Ja, aber dieses nicht Ist doch egal Ich hab auch schon fast 1000 Spiele gespielt Und deswegen hab ich plötzlich keine Ahnung von diesem Spiel denn Ich bin mal gespannt auf Slack Ich hab jetzt Speed auf 8 gestellt Also ich bin eigentlich nicht 10 Jahre alt, ne? Aber okay Ach, man kann Alter umstellen Jaja, auf 17 aber nur Echt? Ja Dann bist du mir nicht als 17 Ja, wir sind auch 17 So, male oder female? Keine Ahnung warum du bist 17 Okay, weil Ich muss ehrlich gestehen Das gab's bei den anderen Programmen nicht so Nee Das ist wundert mich jetzt Nee Nein, ich mein die 4. Monster-Vermarkt-Version Oh man Ich hab äh Wie schreib ich jetzt mein Name? In Resident Evil konnte ich mein Name auch nicht auswählen Das wundert mich jetzt Name ist Nekul Hallo? Spiel? Ich kann nämlich nichts schreiben, hä? Okay Ich muss mal ähm Enter Text, durch die Keyboard Press AC to cancel Enter Aha Ich würd gern nen Namen haben, ne? Das ist schon toll Das geht irgendwie nicht Ey, jetzt hab ich ja auch Red Muss ich das einfach mal neu starten? Ich mach das mal kurz aus Komm schon Achso, und wenn das aber nicht läuft, dann kann ich's nicht einstellen Hm Hm Ja, ich hab's grad gemerkt, die Musik überlappt, ich hab's jetzt ausgemacht Sorry, dafür Wieso kann ich meinen Namen nicht ändern? Ich will nicht Red heißen Ich bin nicht Rot Wie will ich meinen Namen ändern? Gut, aber ich bin nicht Rot Bei diesem Pass, der da am Anfang erscheinen, kannst du deinen Namen ändern unten Und mit Enter Das Ding ist, ich kann meinen Namen nicht schreiben Da geht nichts, siehst du das? Äh, drück dir was gegen Wahrscheinlich diesen Lösch-Button Sehen wir gleich Nenn dich Mero Mero Merkur Ja, Mann, boah Vielleicht Sticky Keys? Nee, keine Sticky Keys Das siehst du auch, kann ich schreiben Ende Ich hab immer aus und angesteckt Mehr du kannst, wahrscheinlich Also irgendwie funktioniert der Speedhack nicht so richtig wie er soll Bei dir? Haben wir das Spiel jetzt durch? E Hmhm Button A ist 1 Button 2 ist B Ach, vielleicht deswegen Oder ich bin einfach nur dumm Kann auch sein Keiner Kann auch sein, keine Ahnung Okay Herrlich, der Typ Ich weiß nicht, ob du dumm bist Ich weiß nicht Keine Ahnung, Alter Kann auch nicht sein, ich weiß nicht Ey, der ist ein spitze Bube Warum funktioniert denn der Scheiß nicht? Schauen wir mal einen drauf Jetzt an den Nerven Der Sproinderbrüb ist ein Überalst durchschnittlicher Überklemmert Ich hab den okay nicht, was sag er Dern affe weiß was gut ist Das muss man einfach kennen, oder? Das muss man einfach kennen. Absolut. Scheiß auf die Wand, Alman, ich kann das jetzt hier nicht. Das läuft nicht. Oder? Bleibst du ein bisschen schneller? Ich weiß es auch nicht. Ich habe das Gefühl, am Anfang des Kampfes jetzt noch so einigermaßen... Ich habe deine Waffe, oder? Ich gehe das voll durch. Wie heißt das Video? Das war der Detroil von der Detroil. Das ist ein YouTube-Video. Von Ben Lexer. Nee, nicht Ben Lexer. Die Tiere essen oder so. Legende. Aber du kannst ja auf jeden Fall auch... ...die sind aber schon sehr alt, glaube ich. Ich bin schon vor Lega angeben. Ja, 2016 oder so. Ja, das war Detroil von Lexer. Also, dass ich dich entscheiden kann, passiert eigentlich nichts. Sehr komisch. Wie sind es bei dir, Plani? Ich kann schreiben. Ich meine, dann kann ich das vor. Du kannst schreiben? Ja. Ja, ich versuch's dir auch. Aber es geht nicht. Oh Mann, Alter. Da erscheint aber immer irgendwas, ne? Hast du sowas irgendwie... Hm? ...if ich irgendwas anhabe, oder was? Nee, ich meinte jetzt... Ich wollte eigentlich jetzt fragen, ob du irgendwas an den Einstellungen rumgefummelt hast, dass dir zum Beispiel hier irgendeine Taste irgendwie doppelt funktioniert und dass es dann irgendwie nicht geht. Ich hab da mal nachgeguckt, weil es gibt ja auch diese Einstellungen, wo du die Tastenkombination ändern kannst. Aber ich sehe ja, dass er immer anfänglich schreibt, ne? Es ist wie, als wenn die Backspace-Taste bei dir klemmt und der ist immer rübergelebt. Ja, ja. Ja, genau. Aber sie kennt halt wirklich. Aber sie kennt halt wirklich. Okay. Keine Ahnung. Ey, warte. Ach, moin. Ich hab mal hier noch wieder gedrückt, aber... Oh, da war nix. Moin. Erstmal was trinken. Das Spiel war irgendwie auch schon metallfertig. Warte jetzt ab, bis du die Lecks erfährst. So fern nicht welche Krühe, ne? Oh, Mank ist Level 8. Wir versuchen's jetzt. Wir werden jetzt nochmal heilen. Schatz. Jetzt... Spaß. Schöööö... Bla 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 bla. Vielleicht nehmen wir doch mal da ein paar... Gläten hat das hier irgendwas. Was ist Speed Spray? Das Winn! Noch noch mal einen Trink. Einen Schluck hier, hä? Schööö. Schöööö. Schlammeln! Oh mein Gott, ein wildes Saftkorn! Saftkorn ist heftig! Die Pfeier ist unnormal. Sieht halt echt aus wie so'n... Saftkorn! Heeeey, wir spannen aber noch mal. Jetzt werden wir das ja machen. Das ist Reset, ne? Da ist Reset, glaub. Wieso lässt du mich nicht schreiben? Nein, ich heiße nicht rot. Nein. Jetzt müssen wir gegen Arschkeks kämpfen. Ich hoffe, du hiebst alles. Also, ich würd mich ja gerne um, denn das Spiel will nicht. Das Spiel möchte, dass ich rot heiße. Red. Apo AED. Einfach Apo Red, oder? Digga, willst du mich? Apo AED. 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 hier noch in japan also der ist noch nicht in deutschland also wenn ich mir den anschauen könnte dann würde ich dann auch eine bewertung abgeben wie es dann für mich so mit dem film ist der beste ist der mit mir und meutu im juni oder ja das ist der beste das ist ja der allererste das ist einfach wild der film aber der film ist auch schon über 20 jahre alt also der halt wirklich da gab es auch einen Song den ich mir jedes mal reinziehe wie viel langweilig hat man um 23 scheiß Blinde auszuhauen ist eine gute Frage ich hab ich hab so einen Lauf gerade ich schaue mir gerade alle Dragon Ball Filme an alle One Piece habe ich ja auch schon alle gesehen ich hab auch alle gesehen außer jetzt den neuesten mit Broly den habe ich nicht gesehen ach so dann habe ich den muss ich auch noch dann habe ich jetzt vor danach die One Piece Filme zu schauen dann die Naruto Filme und dann halt anschließend die Vorkommission von den Naruto Filmen bin ich nicht so begeistert muss ich euch bestellen ja ich habe auch noch nur den ersten geschaut ja ich auch also welcher Film ich am besten fand war Kampf der Götter tatsächlich das Spiel weil ich fand den mit klarer Kaufentscheidung ich hab jetzt verdammt das war alles alles ich hab jetzt noch eine Tastatur geholt alter ehrlich ich bin echt spannend ich die steiche halt direkt an das ist ja auch so wie es jetzt funktioniert sonst weiß ich aber auch was kostet warum kommt das zu mir nicht zu mir hier das fliegt da in der Luft rum aber das will nicht runter du musst du musst den du musst den linken stick drücken dann kannst du entweder pfeifen dann kannst du entweder pfeifen oder du du klingelst an dem klingel an der klingel von dem Fahrrad von den vierten von Marschdavis Herr Neumann dreifach umhaut ich kann den pinken klingel nein der ist jetzt weggespawned scheiße da ist irgendwie auch das Problem es scheint irgendwas zu sein mit der Taste oder so echt? also ich kann auch wirklich viel schreiben aber da geht immer wieder weg gibt es hier Vollgiegel eigentlich bei Schwert oder Schild? nein nein wird doch auch glaube ich erstmal noch nicht kommen das kann auch dauern wahrscheinlich wir sind uns da noch nicht unter kurzem ein Rippel wenn du F1 drückst hast du irgendeine Taste belegt die Backspace macht aber du drückst ja eigentlich nicht irgendwas dauerhaft nein ne eigentlich ja nicht kann man gleich in die Taste boxen das bringt nichts hm 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 hmm hm 2 d h t h hm h hm h hm Ähm, mit Fusion Backspace Problem. Genau. Bugdown, Rebound. Jetzt lese ich hier aber noch nichts von. Scheiße, wir sind am Arsch, man. Wir sind so am Arsch. Er klingelt einfach fünfmal bei Neumann und sagt ihm, das ist noch smart. Du sagst es schon? Schlau, ne? Los, Merkur, ich wähle dich! Jaaaa! Aber mit Level 4 und ich wähle das erste. Ey, das ist nicht cool. Ich wähle wieder raus. Ich fülle da rein. Ich fülle da einfach rein. Er wird mich aber stundenlang gelagten, würde ich ja. Das ist belastend. Ich hab diesen Speedhack schon runtergeladen. Es funktioniert nicht so wie der in seinem Video. Hilft nix. Was? Ne? Was ist denn jetzt gerade das Problem? Guckst du mal in den Screen? Jaaaa. Und, ist das normal für dich? Oder? Rutschen. Ja, das ist Crackspalten, oder? Na guck mal, wie lange so ein Kampf dauert, bis ich immer so eine Attacke machen kann. Ey, du spielst gegen Shigi! Oder kann das vielleicht, äh, äh... Ne, ich spiel gegen ein... ...Programm, das... ...Shigi-Sam. Das Programm ist an sich irgendwie... ...keine Ahnung. Ich hab ja schon mehrmals neu gestartet. Kannst du vielleicht am Programm liegen? Also, wegen dem, äh... ...Programm, das du grad runtergeladen hast, dass du's vielleicht erst mal schließen musst, weil ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Deswegen verkauf mir jetzt auch so die Frage. Also, es gibt anscheinend kein Problem damit. Mach doch nen Spot-Scream, Alter. Ey, Schiefzock, lustig! Lustig, Schiefzock, wie geht's? Du hast die wieder geschafft, alles klar. Der tönt mich mit... ...Regel-Sam. Ja. Ich probier nochmal die Version hier. Ja, Egel-Sam. Ja, Egel-Sam. Das echt klappt. Echt? Ein Shigi mit Egel-Sam, Mann. Die Version wird nicht funktionieren. Ja. Shigi mit Egel-Sam? Was? Naja, der hat, ähm... Ich hab Glumanda gewählt am Anfang und er hat ein Shigi und dieser Sammler genommen. Und hat hier direkt fusioniert. Zu Shigi-Sam. Ich hab da unter Levels. Ey, der musste aber auch falsch mit Shigi. Tief, Alter. Nicht einfach so rein gehen. Ja, ich hab ja eh kein Glumanda dabei. Weil Forscher-Turm nach 10 Minuten... ...Offline ist. Und jetzt muss ich hier... Hab ich Mank trainiert. Aber Mank schafft's nicht. Die gute alte Mank. Weil dieses Taubsee am Anfang dreimal Sandwirbel macht und Mank nichts mehr trifft. Ich... Irgendwie... Use Game X to play the game, oder so. Mhm. Alter, Mann. Guck mal, dass du hinstellst. Mhm. Also bevor ich das nochmal streamen, muss ich das erst fixen, dass das anständig läuft. Alter, so kann ich das nicht spielen. Ja. Nee, das muss ich glaube ich auch. Bitte spielst du uns das gerne. Ich hätte total Bock auf das Spiel, aber das muss für sich laufen. Ja, das ist ja immer schon das Problem. Aber bei dir läuft's eigentlich schon eigentlich ein Zug, würde ich sagen, oder? Ja, aber bei mir ist es doch ein cooles Gerät am Start hier anscheinend. Könnte auch einfach sein, dass das mit Stream-Avatar, mit OBS... Ja, das könnte auch in die Haare kommen so, weißt du? Geboxt sich und das... Meinst du, dass es vielleicht damit überlastet ist? Ja, kann auch sein. Overheat. Durch so'n Programm... Was? Also gerade konntest du mal schreiben. Was? Ich konnt gerade echt für paar Sekunden noch schreiben. Ich will doch nur Namen schreiben. Ich will doch einfach nur Merkur heißen und nicht ApoRed, Alter. ApoRed. ApoRed. Ich will jetzt gegen Red, Mann, aber... Deine Meinung ist das Betonen. Das Betonen ist nicht so mein Spiel. Also ist cool, ne, aber auf Dauer bockt das nicht für mich. So ein bisschen mit Farbe rumschmeißen. Farbe rumspritzen. Ja, oder so. Du sprichst ja mit der Waffe rum. Die Älteste funktioniert ja gar nicht, Alter. Was los hier? Ich hab nicht mal ein R zur Verfügung. Was ist das denn? Ich kann ja gar nicht mehr schreiben, Alter. Kein T, kein R. Wow. Ich kann ja meinen Namen nicht mehr schreiben. Was macht die Fokus-Energie? Nein. Wenn man einen Schlaganfall hatte. Ich konnte echt für eine Sekunde schreiben. Äh, Energiefokus ist, dass du Volltreffer landest, äh... Äh, äh... Also, dass du ne hohe Chance hast. Also, dass du ne hohe Chance hast. Alter, ich hab richtig genug gefunden. Das ist das, was ich mit Seetra King hab. Dann würd's einfach so reingehen, was ist dann? Jetzt ist das der Grund, Alter. Meine Frage ist, wie ich mein Seetra King in Sword & Shield. Wie das hieß? Ne, meins. Also, wie weit ist es? Hast du das hundert? Ja, äh... Gestern ja auch die... Oh! Okay. Und, äh... Kann ich dir ja morgen sagen... Ne, quatsch, am Dienstag sagen, was ich für den. Hm. Ähm... Bringst du das mehrmals Fokus, äh... Energiefokus zu benutzen? Ja, klar. Muss sein mit Superschütze. Weil, weil, wenn du Superschütze und Energiefokus hast, dann hast du ne hohe Wahrscheinlichkeit, dass du immer einen Volltreffer landest. Oh! Ich spiel grad nen Menki, was Energiefokus hat. Also, so meine... Ich spiel keinen Seetra King. Ich wollt' das fragen, ob man das mehrmals hinterher nur einsetzen kann, Energiefokus. Aber... Nein! Du kannst es erst mal nur einmal verwenden. Jetzt hab ich's nicht schwerer benutzt. Ich hab' nur begrenzte Attacken jetzt. Ich hab' nur begrenzte Attacken jetzt. Weil... Ich bin ne 20-Field-Stechen, die ich nicht gleich Stück machen, äh... Ich geh' zuerst spielen. Das hat sich erledigt. Oh, Bubble... Tod. Verdammt. Das wär' meine Chance gewesen, das noch irgendwie umzureißen. Ach, Mann. Z Die Zeit geht auch weg, ne? Auch wenn wir nicht... Ist das Wind noch da? Weil ich immer noch nicht meinen Namen schreiben kann. Ich bin 16 Jahre alt und kann einfach keinen Namen schreiben. Sven ist nicht mehr da. Ich kann auf dem nicht mehr ins Team nehmen. Der sollte ich doch noch näher. Ist mir so ein blöds Zickzacks. Er hat einen Hund Lass und er hat einen Hund Lass. Ach, wie ist das denn? Jetzt wo ich mir vom... ... war ich zu einer Seite. ...rass mich zu haben... ...dass ich diente. Und zack. Ja, es ist leider so. Ja, es ist ein bisschen blöd. Ich kann da nichts mehr machen. Versuch doch mal ein anderes Spiel runterzuladen. Geht's ja mit dem anderen Game. Das ist mir jetzt mit einem anderen Pack mal zu? Ja, genau. Dann löscht das mal oder so. Das liegt doch in der Ausführung vielleicht. Äh... Ausmachen. Spenden. Leute, wie kann das sein, dass ein wildes Pokémon einfach geschloren ist? Easy. Hey, war das ein legendäres Pokémon, gegen das Schwarz-Wild-Fernstatt? Hm. Da war grad so ein blaues Pokémon. Ich hab' dir ne Attacke gegeben. Der war gelb. Im Kapitelbereich. Funktioniert, äh, STRG-V. In welchem Spiel warst du denn? Was er weg ist. Schwert war? Schwert, glaub ich. Ja? Geh mal in ein Textdokument und schreib mal den Namen, auf den du da haben willst. Markier den Namen, STRG-C. Drück schnell STRG-V in dem Namensding und drück dann Enter danach. Vielleicht wenn du schnell noch bist. Aber... Wenn du copy-paste da funktioniert. Das wäre sicherlich. Okay. Ja, cool. Das war scheiße, dass es so ist, ne? Ja, aber du musst ja nur zwei Mal umbenennen. Deine Pokémon willst ja eh nicht umbenennen, oder? Weiß ich nicht. Jetzt musst du halt immer ein Textdokument parat haben, wenn du es so machen willst. Wenn das so klappt, dann easy, ne? Dann kann ich spielen. Ja. Aber es fackt schon ab. Ja, absolut. Das ist schon nervig. Ab wenigstens hab ich mal ne Idee. Amnächst. Der Steuerer wird sehen. Scheiße. Was für eine Attacke hast du denn eingesetzt? Brüller. Vielleicht? Brüller? Ja, dann klickst du automatisch raus. Ja, war Brüller, war Brüller. Echt? Brüller? Mashallah. Ja gut, wenn es Brüller hat, dann klickst du automatisch aus dem Kampf, wenn es gut ist. Aber wenn es ein Trainerkampf ist, ist es dann so, dass du automatisch das Pokémon wechselst. War es fast ein Vulkan oder was war es? Es gibt leider keine Copy and Paste. Oh Mann. Er sagte irgendetwas Graues. Es war ja. Es war groß auf jeden Fall. Es war ein großes Pokémon. Es war ein großes Pokémon. Ich kann ja auch mal gucken. Und als Red würdest du nicht spielen? Er trägt auch Drachenrute. Drachenrute wirft dich aus dem Kampf raus. Stimmt, Drachenrute könnte das auch. Oder Überkopfdruck. Wieso das denn? Oder Wirbelwind. Ja, aber Wirbelwind. Ich glaube, das setzt kaum einer ein. Ja, aber wilde Pokémon. Wenn es wild ist, hrrr. Okay. Okay. Ich will wieder ein bisschen in den Laufhahn. Könnte das ein Karmor? Ich such noch mal ganz schnell. Togex! 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 Also ich würde schon gerne noch schreiben können. Also mein Name und so. Ohne reden und so. Schön aus der Maschine. Frischgezappt. All you can drinkmäßig, wa? All drinkmäßig. Ich hätte einfach nur einen Köpfenspieß. Mit so einem Handy dazu, bitte. Kommt nach Köln, wir fahren nach vorne. Dann gibst du eigentlich. Klamurks, nicht Klamurk. Okay. Wir hätten das falsch ausgesprochen. Klamurks. Ich bin am Stream, Togex. Ich hab auch angenehm gesagt. Kannst du nicht so treiben? Oder willst du wissen, was das hier für ein Spiel ist? Oder ich weiß nicht. Was treibst du so? Weiß ich nicht. Das wissen wir alle nicht. Pokémon? Kommt. 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 Was? Ist das jetzt... The Front oder was ist das? Ich hab ein bisschen... Ich hab ein bisschen... Aber gestern haben wir Audio-Einstellungen gemacht. Ich glaub, man kann's einfach nie jemanden... Hacktops heißt das. Was heißt Hacktops? Das ist ein Hack-Pokémon-Spiel. Man kann da... Ich hab... Ich hab... Du siehst einen Mankey mit einem Nidoran fusioniert. Du kannst jedes Pokémon mit jedem Pokémon fusionieren. Das heißt, ich mach meine Challenge und jeder kann sich... ...seine Fusion selber aussuchen. Welches Pokémon sei denn? Die Orange ausspießt, Alter. Ist geil. Die Orange, Alter. Oder... Orangels. Äh... Die Mk und Redwood. Pokémon heißt Tectas. Du musst ihn noch ein bisschen hinkriegen, Torex. Ach, Tectas. Dann ist es wegen der Fähigkeit Rückzug. Das ist doch voll scheiße. Du hast einfach Abbau getan. Ist aber im Schwarz-Weiß-Dien. Das ist seine normale Fähigkeit. Ich würde eher sagen im Hardgold-Soul-Series-Dien. Aber den kannst du sogar... Geil, die Preise, ne? Ja, günstig kannst du einfach sein. Ist doch so. Ich nehme mich einfach mal in einen anderen Stil. Vielleicht leckt der mich so. Hm. Hm. Ja, cool. Äh... Vielleicht ist es aber... Danke, Torex. Vielleicht warst du gerade sehr hilfreich. Boah, wat? Critical Hit? Alter! Wie kann der denn in der V5 mich one-hippen? Ich will auch einen Pokémon nehmen. Und einen Alten nehmen. Also kannst du dir gerne einen Pokémon aussuchen, Torex. Momentan bin ich aber noch nicht so weit. Ich bin heute schon sehr müde. Alles gut, Torex. Ich bin halt noch nicht so weit. Und es gibt bis jetzt nur... Ratfratz, Taupsi, Habitak, Nidoran männlich, Nidoran weiblich und Zubat und Menki. Mhm. Und warum bist du ein Lavandier? Ich weiß nicht, wo war halt nicht der Stroh? Ich weiß nicht, wo war halt nicht der Stroh? Ich weiß nicht, wo war halt nicht der Stroh? Was wird das denn noch so machen? Das wäre hier... Müsst du hier noch ein Habitak fangen. Wenn du nur Panzer sein willst. Ey, Panzer kann gehen. Du kannst auch immer wieder zurück fusionieren. Und kannst dann mit dem anderen fusionieren. Ja, obwohl... Es geht nicht ne? Es geht leider nicht, oder? What geht leider nicht? Sonst hätte ich gesagt, dass es mit deiner Version gehen könnte, aber es geht ja nicht, die Datei ist zu groß. Wofür? Äh... Für Infinity. Poco und Infinity. Wenn meine Pension nicht... Die Datei ist zu groß, um sie über Discord zu schicken. Über Discord ja, aber WeTransfer ist eine gute Alternative. Da kann man zwei Gigabyte verschicken. Echt? Ja, muss mir bloß deine E-Mail-Adresse sein. Kann ich sie schicken. Waldo-Fisch wohlgefahren. Cool. Knuffenza ist geil, oder? Ja, als wenn du das willst, da treu. Okay, ich wollte jetzt mal hier... Options... So, Knuffenza ist natürlich witzig, ne? Jetzt dürfen wir wieder warten. Mal gucken, ob's klappt. Lust auf, du auch irgendwie mehr einzustellen, hab ich das Gefühl, ne? Weißt du nicht. Wahrscheinlich, weil ich noch nicht gestartet hab. Ja. Du hast den Follow dafür da, in der Blatt. Ey, Plani, hast du schon ein Gluffenser gefunden? Der steht hier im Dicks rum. Ey, der heißt Plani. Also, PlanlessTV, wenn du den mal besuchen willst, kannst du gerne machen. Der Stream ist größtenteils immer Pokémon. Der liebe Plani. Mhm. Aber dann wird's noch ein bisschen dauern, sonst... Währenddessen, wir können ja noch über den Stream von ihm wieder weiterreden, wenn du willst. Alles, kein Problem. Hallo, Plan. Wie ist das denn, wenn ich hier einfach mal auf Small stelle? Der ist übrigens von mir, ne? Der Dutroy. Oh! Dutroy. Sprech ich das richtig aus? Ich wünsch dir was. Ja, ja, ist gut so, Dutroy. Ich nenne immer Dutroy. Ich bin gerade hier... Ich bin gerade hier... Bei mir lagts halt mega rum, das Spiel gerade. Ich weiß auch nicht, woran... Aber ich lagts und ich kann nicht schreiben. Richtig geil. Oh, das tut mir leid. Ich würd's gern ausmachen, aber... Es kommt irgendwie immer. Es kommt irgendwie immer. Es ist von Twitch, es ist nicht von dir, Plani. Achso. Aber weißt du, wo das schlimm ist? Wenn ich dich raide und dann ne Ad krieg und deine Reaktion nicht sehe. Oh. Das ist schlimm. Das ist wirklich schlimm. Ja, auf jeden. Wenn sie direkt gegen Ad kommt. Deswegen geh ich immer erst auf deinen Kanal. Mach dich Bild in Bild. Echt? Ja, ist aber schlauer, ne? Mach dich denn erst groß und dann mach ich auf Raid. Soll ich mal auch machen. Ja. Ich find das Bild in Bild ist sowieso ne coole Sache. Also alle freuen sich mal, wenn ich die Bild in Bild nehme. Support für andere. Müsst ihr eigentlich mal noch den Namen reinschreiben, aber... Ah, das leckt dann auch immer so. Das Vin ist wieder da! Scheiß Vin! Ich weiß nicht. Also Mindstream muss doch auch von dir ziehen, oder nicht? Hat einer von euch ein blaues Mew übrig? Nee. Mew? Ja, wahrscheinlich. Aber ist das ein echtes Mew? Ich hab jetzt mal die Bildgröße einfach runtergestellt. Es wird... Es ist ein Mew, was man... Leckt immer noch. ...geworfen hat. Was geht denn? Es ist schon besser geworden, Plani. Schon besser geworden. Nur hier. Wenn ich im Kampf bin, ist das Problem. Hier aber ein bisschen. Ach so. Dann wird's mega langsam, ne? Ja. Ja. Das ist... Das ist bei mir aber auch so, ey. Ich mein, hier funktioniert das eigentlich... Oh, jetzt sechs wieder ein bisschen. Was ist eigentlich entspannt? Sonntag? Montag? Woher kommt mein Poké-Dollar? Ähm. Durch Besiegen von... Trainern? Trainern? Spielst du das Spiel auch? So. Datoiuk? Ich glaub, der kennt Pokémon. Also, Infinite Fusion mein ich jetzt. Ich mein, ich... Denke, er wisst. Also... Also, ich denke nicht, dass er das Spiel kennt, aber allgemein Pokémon, ja. So, er meint hier im Stream-Avatar. Stream-Avatar meint er diese Punkte. Ach so. Oh, ich hab mich schon gewundert. Natürlich. Äh, hier im Stream-Avatar... Also, wir hätten die verdienen, mein. Ja. Zum Beispiel durch Battle Royale. Mach ich dir mal an. Da hast du dann hier... Kommt dann hier so ein Flugzeug, da springen wir raus. Und dann kämpfen wir uns gegenseitig. Pokémon ist Leben. Ja, auf jeden. So... Leben nach dem Leben, oder? Mitten im Leben. Mitten im Leben. Mitten im Leben. Also, ob es in... Oh, Mank will eine neue Attacke nennen. Fury Swipes. Was ist Fury Swipes nochmal? Äh, äh... Fury Swipes war, glaub ich... Äh, Fury Swipes war, ähm... Diese mehrfache Kratzer-Attacke. Ja, ich hab auch. Oder? Nehme ich deine Kratzer weg? Ja. Ist es die? Äh... Ja, das ist die. Ähm... Okay. Was hast du denn sonst noch auf dem Petto? Ich hab Fokus-Energie, Peck, Low-Kick und Scratch. Kannst... Scratch war, glaub ich, äh... Danke für deinen Follower-Troll. Ich glaub das... Ich glaub das... Ich glaub das... Das Ding ist... Ich glaub das... Ich glaub das... Das Ding ist... Die Song... Ah ne... Was macht der? 18 Schaden... Vier... Viermal... Ja, ja... Ich kann natürlich mit Fokus-Energie... Und Fury Swipes zusammen, kann ganz cool kommen, oder? Kannst du mitmachen, ja... Kannst du mitmachen, ja... Vier Volltreffer wär natürlich cool... Ähm... Er macht den Scratch weg... Ja, macht den Scratch weg... Ja, macht den Scratch weg... Würde ich auch sagen... Leute, eine Frage... Seit wann gibt es C-Crom in diesem Spiel? Nein... Oh, Double-Kick... Alter... Seit Schwarz-Weiß... Schwarz-Weiß... Und Schwarz-Weiß 2... Und Omega-Rubäne und Alpha-Sophier... Und Ultra-Sonne-Ultra-Mod... Und Sonne-Mond... Nämlich Low-Kick oder Double-Kick? Nee, Sonne-Mond gab's... Nee, in Sonne-Mond... In Sonne-Mond konntest du's nicht fangen... Nee... Da trug das Milch-Trigger auf... Die Portale gab's nicht, ne? Du kannst aber zum Beispiel... Ausführungszeichen Roulette... Und ne Zahl... Also ne, erst ne Roulette... Dann rot oder schwarz... Red oder Black... Und dann ne Zahl... Und dann kannst du Roulette... Um die Poké-Dollar spielen... Und... Dann kannst du zum Beispiel... Ausführungszeichen Slots... Das ist aber auch kein Glücksspiel, oder? Dann kannst du Ausführungszeichen... Duell... Add... Den Namen von jemandem... Und... Währung dahin... Also um wieviel du spielen willst... Dann kannst du... Die Coins könnt ihr euch... Gegenseitig... Duellieren... Warte, ich zeig dir das kurz mal... Äh... Add... Um... Fünf... Du hast wahrscheinlich noch nicht so viel... Oh, du hast erst drei... Verdammt... Drei... Nehme ich jetzt Double Kick... Oder nehme ich... Low Kick... Ich würd sagen Double Kick, oder? Double Kick ist cooler, oder? Low Kick ist cooler? Ja, Double Kick ist gut... Double Kick ist cooler, ja... Okay... Du musst dir das halt so vorstellen... Du hast zweifache Chancen zu griten, oder so... Mhm... Ja... Und mit... Mit mehr Schaden... Ja, ja... Mehr Schaden sowieso... Weil... Ich glaube... Schon allgemein macht Double Kick... Schon, glaub ich... So ungefähr... 40 Schaden... Ja, ist gut... Ja... Fünf... 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 Naja... Auf jeden Fall so in die Richtung... Das werden wir wohl mit Volltrecker und das zweimal erhitzen... Eine Stärke von 140... Ey, der Speed Tank funktioniert plötzlich... Ich weiß nicht, was ich gemacht habe... Aber irgendwie funktioniert's... Es leckt zwar immer noch ein bisschen los... Fünf... Du Scheiß... Echt jetzt? Ich hab nichts verändert... Du hast irgendwas... Irgendwas geschafft, dass du planierst... Scheiß... Warte... Das schau ich mir mal an... Ach so... Ja... Es ist fast spielbar so... Es ist immer noch nicht richtig geil, aber... Ja... Ich kann jetzt... Schneller spielen... Ich weiß nicht... Ich hab wirklich nichts gemacht... Aber so kleine Legs haben immer noch drinne... Don't ask me... Don't ask me... Nein... Man kann zu spielen... Das ist dann... Aber ich glaub dann ist das halb so schlimm... So... Und Datoiuk... Möchtest du dir vielleicht ein Pokémon aussuchen? Es gibt noch nicht sehr viel zur Auswahl... Also er meinte... Knufhensa ist cool... Knufhensa? Der muss ich in den Habitat fangen... Ja... Hier... Klar... Mach ich's... Mach ich... Also Knufhensa ist sein... Main... Nice... Hast du schon eine Idee... Mit was du das kombinieren möchtest? Schreib Mewtwo oder so... Haha... Genau... So eine Ruiz... So eine Ruiz... So eine Ruiz... Kein Plan Tivi... Du kannst Plani sagen... Ich glaub er... Er möchte es mit dir fusionieren... Haha... Mit mir? Schreib ich noch mal den Thomas... Der Mensch hat keinen Plan... Muss sich ja auch noch... Jetzt noch nicht entscheiden... Das kannst ja alles noch später machen... Boah... Jetzt... Ich hab... Jetzt... Ich bin jetzt guter Dinge... Das war's... Das war's... Ich hab's bloß nicht geschnallt... Wäre immer... Da würde sie mir in den Last-Counter gehen... So... Ich hab's hochgegeben... Bin ich überstanden... Und dem Level ab... Steht Mank jetzt plötzlich ganz anders da... Ich glaube... Ich würde mal sagen... Ich mach einfach mal noch ein Level... Hier fertig... Gucke, dass ich noch ein Habitat dran klinge... Damit der Troik seinen Pokémon bekommt... Jetzt läuft noch eine Auslastung... Ojo... Der PC arbeitet auch relativ gut... Da merkt man auch... Wir sind langsamer... Aber ich... Ich glaube es lag daran... Das ist einfach irgendwie so... So ciao... Danke für deinen Raid... Mit 8 Leuten... Mann... Wie geht's euch? Was habt ihr gespielt? 8 Leute... Krank... Da geht's jetzt richtig ab heute jetzt... Jetzt ist es auf jeden Fall... Aber... Das Ding ist... Es gibt keine Pokémon... Die ich euch hier geben kann... Weil ich noch nicht so weit bin... Das tut mir jetzt natürlich leid... Soja... Ich spiel heute mal nicht... Schwertschild... Ich spiel... Infinite Fusion... Und an alle die das nicht kennen... Man kann... Man kann... Jedes Pokémon... Mit jedem Pokémon kombinieren... Deswegen habe ich hier gerade... Eine Lenkie mit einem Nidoran... Was ich hier spiele... Und ich mache nach wie vor... Meine Challenge... Jeder meiner Zuschauer... Bekommt ein Pokémon... Was er sich aussuchen kann... Und er darf sich die Fusionen noch aussuchen... Das EV-Training später... Insofern man da... Die Möglichkeit hat... Ich weiß es nicht... Hm... Könnte schwierig werden... Bei so einem Spiel... Mhm... Aber... Ja... Darauf kommt es ja dann nur... Und ich an... Wir spielen das ja wahrscheinlich... Und nicht Competitives... Wenn wir das eher nur durchspielen... Jaja... Das werde ich auch so sagen... So... Das wollte ich schon wieder... Gamble... Ich glaube es nicht... Der will richtig Gamble... Junge... Ja... Das ist ein alter Casino... Und zwar Geusters... Schon Haus und Hof... Hat er schon verzockt... Und jetzt ist er hier... Um die Internetrechnung zu bezahlen... Und gepackt... Ja... Dann ist er... Du hast einen Sekron gerade... Gääh... Und jetzt ist er... Gääh... Und Soja was habt ihr denn gespielt? Erzähl's mir doch mal. Erzähl's mir doch mal. Ich weiß, wie wär's da mit Pokémon, aber ich dachte schon so Pokémon. Kannst du auch Taschenmonster sagen? Taschenmonster? Ja, oder so. Taschenmonster. So. Ich schau mal gerade wieder aus dem Zeug. Dirkowitsch. Ich seh ihn doch. Erst Formel 1, 2020, dann Warzone. Oha. Oh, Warzone, da seh ich mich. Formel 1 ist halt Sotcha's Ding. Da ist ja nicht... Da ist... Andere Spiele kann jeder spielen, aber Formel 1, das kann Sotcha gut. Hab ich gesehen. Ich war dabei. Gebe dem Mann seinen Formel 1 Wagen endlich. Formel 1, oder? Ja man. Die Formel läuft. Danke, danke. Es war ein Spledgefliege gegen jetzt Börche. Ich bin ja gerade am trainieren, ich will hier nur noch das Menki mal noch ein Level hochpumpen. Ich mach doch hier meine Challenge, hab ja schon erzählt. Und jetzt kommt gerade ein Encounter, der hat einen Level 7er und einen Level 8er. Shiggy mit Bisasam fusioniert. Und dieses Taubsee am Anfang von ihm, das macht die ganze Zeit Sandwirbeln. Ich hab gerade nur ein Pokémon. Und der macht mir echt ne schwere Zeit. Und jetzt muss ich trainieren. Man glaubts kaum. Normalerweise würde ich ja mit Glumanda spielen. Der Glumanda ist grad schlafen. Aber der ist schon schlafen. Der hat 10 Minuten später, nachdem ich das Pokémon ihm gegeben habe, so schlafen hier. Das Menkiran ist. Datroik hat die Slot Machine entdeckt. Ich glaubts nicht. Ich glaube, er hat sich verliebt in die Maschine. Das Menkiran ist zu wild. Das ist auf jeden Fall richtig. Direkt aus dem Dschubel. Ich hoffe, Menk ist auch noch da. Der ist bloß AFK. Der spielt gerade nebenbei... ... ... Ey, du kannst ja schon Menkir fangen und Menkir-Menkir kombinieren. Wird auch stärker dann, oder? Kann man bestimmt. Oder geht das nicht? Ich weiss nicht. Wüsst du nicht, warum nicht? Ja. Menkir-Menkir dann gleich zwei... ... ... Nasen, wenn wir... ... Also Leute, wie gesagt. Ihr wisst bloß sagen, wenn einer von euch irgendwie... ... ein Pokémon haben will, ne? Nur Bescheid sagen, ich... ... benenn das denn nach euch um. Oder... ... äh... ... Menkir mit Mautzi. Es passt auch irgendwie. Farblich. Menkir mit Mautzi? Ja, wegen der Farbe passt das. Oh, wir haben Level ab. Hellbraun, Dunkelbraun. So, jetzt gehen wir einmal noch heilen. Wir machen das Ding noch platt. Und hier mal heilen. Und dann machen wir diesen Arschkeks platt. Das ist übrigens mein Rival. Ich hab ihn Arschkeks platt. Ich weiss, das ist sehr pubertierender Humor. Ich kann nix dafür. Ich bin stecken geblieben. In dieser Zeit. Uff. Und dann uff. Wie slottet, Mann. Ausrufezeichen Slots. Ich glaub, die Schlottmaschine sind schon alle. Hast du nen Jackpot gemacht, Dadroy. Deswegen ist alles leer. Ausrufezeichen Slots. Na, wahrscheinlich hast du kein... Hast du ja alles verzockt? Das wird's sein. Natürlich nichts, ne? Moment mal, jetzt... Die anderen können eh nischt Ich muss die kurz ablehnen Es ist halt die Frage, ob Slots 4 als 4 Punkte deine Währung ist oder die du da reinsteckst oder... Weiß ich nicht Ne ne, du hast jetzt 2, was waren 2 von Slots Du hast sogar Minus gemacht Ich muss Merkur auf jeden Fall kurz mal in der Box machen Weil wenn ich jetzt wieder verkacke in den und ich wieder ewig warten muss, bis der euch kaputt macht Und ihr keinen Damage an dem macht, da dreh ich durch Ich möchte mich, du kannst dieser kaufen Ja, irgendwie kommt kein Habitag, ne? Ich weiß nicht warum Vorhin kamen so viele Habitags Und... Moment mal, ich muss noch mal gucken, habe ich überhaupt Pokébälle dabei? Ne Ich muss erst mal Pokébälle kaufen, bevor ich dir ein Knofenza... Das machen wir, machen wir direkt danach Ich mach kurz Gary platt Beziehungsweise Arschlicks Dann... Krieg ich Pokédeuer Kaufe Pokébälle Und fang den Habitag Äh... Äh... Dirkowitsch, es gibt nicht nur Entwicklungen Achso, du meinst... Ja, natürlich, ich nehme an Ich... Weiß ich nicht, gute Frage Ob sich jetzt wirklich mein Pokémon entwickelt Möglich In der fusionierten Form oder in der normalen Form Ja, ja, das fragt er wahrscheinlich Das will Sirkovic wahrscheinlich wissen Ob sich das Pokémon in der fusionierten Form entwickelt Keine Ahnung Ich will zum ersten Mal Keine Ahnung Keine Ahnung Keine Ahnung Wenn ich Wettbewerb würde ich sagen Nein Ich würde sagen, ja Und es greift einfach auf die Entwicklungsstufen Es macht einfach mehr Sinn, wie man alle einzeln entwickeln muss Ne Macht's für mich mehr Sinn Es greift auf die Entwicklungsstufen von den anderen zurück Wenn ich jetzt zum Beispiel Nidoran und ähm... Manki fusioniert habe Dann wird sich das entwickeln, wenn Habitag sich äh... Nidoran sich entwickelt Oder Manki sich entwickelt Zu eben einer Fusion aus Razav und Nidoran Und wenn der Nidoran sich nachentwickelt Wird dann eine neue Fusion entstehen So, Shed, so würde ich's programmieren Aber... Ich kann's nicht sagen, ob's so ist Wir sehen's Wir werden's sehen Aber... Es... Es gibt ja nie eine dominante Form, oder? Also wenn du zuerst Razav reinlegst Und dann das andere Dann ist Razav Dominante oder so Oder ist es egal, oder? Was ich zuerst mache Dass du den Namen behältst, jedenfalls Ja, ich denke das erste ist auf jeden Fall das Dominante, ja Vielleicht entwickelt sich's nach dem Dominanten Vielleicht auch nach beiden Also Senkrum hab ich Hast du? Ja, hab ich Kannst du den tauschen? Ich hab davon noch ein paar Ich hab davon noch ein paar Ein paar? Wie viel hast du denn? Hm... Ich glaube nur noch... Zwei Aber das ist alles original, oder? Von Schwarz-Weiß Alles... Alles original Ja... Kein Sandfury Mega wichtig Das letzte Mal Der Sandfury macht drei Mal Kein Sandfury Kein Sandfury Kein Sandfury Kein Sandfury Kein Sandfury Ja... Schick doch mal den Link Dann können die sich das auch mal runterladen Falls ihr's verpasst habt Ja... Ja... Am besten schreibt ihr mich im Discord an Wenn... Wegen dem Programm Ich schick euch denn die Links und sowas Jetzt grad denn nicht Ihr wollt euch das jetzt bestimmt auch nicht runterladen Aber würde ich euch denn später alles schicken Wenn ihr da Bock habt Das wird sogar Deutsche so passen, ey Das ist so ein Shizam So ein Shizam ist das Also mir kannst du den Link schon mal schicken Ja... Aber jetzt nicht Nein... Später... Nein... Später... Später... Schicke ich dir gerne später Danke... Natürlich Ich hab dir sowieso noch... Ich hab dir jetzt eh noch was zu tun Ich muss noch... Wir haben ihn besiegt Und sowas von easy Ja... Dann... Mink... Dann Mink einfach Danke Mink Ähm... Du kennst ja das... Du kennst ja das Passwort von mir um zu tauschen Ah... Ja... Ja... Einmal die sieben Whatever, you just got lucky You should try to catch more Pokemon Or you won't last a minute against a gym leader Anyway, I heard Pokemon League has many Thor trainers Tough trainers I have to figure out how to get past them You should quit dawdling and get a move on Smaller later Smellier later Smaller later Ich bräuchte dringend EP-Teiler Das gibt's erst sehr spät im Spiel glaub ich Oh man 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 Das ist echt das A und O für meine Challenge EP-Teiler? Ja... An Level 70 oder? Was? 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 Seekrom Schau doch Schau doch Schau ich mal halt sofort Kannst du gucken ob's original ist, aber sollte es Wenn er sagt Das ist original Ist das durchgekommen bei dir? Forscher Turm Gebt Men ist nicht da Merkur nicht da Das Wind ist da oder? Du musst einen Tauschgern bieten und dann siehst du dann äh bericht das andere Pokemon Merkur ist da Warte Wer ist das mit dem Pokemon? Wer ist das mit dem Pokemon? Blacky ist nicht da Was ist mit dem Wind? Wenn Wind sich jetzt nicht mehr... Das Wind ist da Das Wind ist da Okay Was? Was? Wer ist das mit Warte? Wer ist das mit Warte? Weil jetzt In dem Spiel ist Bestandscheck umso wichtiger Weil ich kann euch nämlich nicht Während ich unterwegs bin Aus dem Team nehmen Ins Team holen Immer durch Wenn ich nicht mehr Anzeiter bin Leider ja Und? Habs gesehen? Es lebt noch Da steht Warte auf die Reaktion des Amt und Spielers Ich hab's gesehen Es ist level 100 Krass So Hast du mit dem Zeckon irgendwas gemacht oder ist das normal? Das ist normales Also mit den höchsten Angriffen Ah ok Du musst wissen Ich fange alle Pokemon Die mit den perfekten Werten Äh sind Da hab ich mir schlimm hier gedacht Weil ich mach das immer so Soweit ich immer das Pokemon gefangen habe Ja Und Checkst du die Werte Ja Dann check ich die Werte Und wenn's Wenn's die Falschen sind Dann fang ich wieder von neu an Auch mit Wesen oder was? Ja Mit Wesen Ich mach's nur mit den Wesen Dann mach ich das so dass ich die Ich check ich schon nichts mehr Dann mach ich das so dass ich noch die Werte booste Zum Beispiel Ich weiß Aber Ich weiß Das hab ich ja auch in Ultra Sonne und Ultra Mond so gesehen Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ich weiß Ja Ich weiß 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 Das ist ja jetzt egal Hauptsache du kannst es nicht überhaupt Ja das ist so ne Hauptsache ich kann irgendwie spielen Ey ich kann nur ein einzeln Pokeball kaufen Ich hab nur 3,44 Gold Pokedollar Scheiße Also Bitte nicht distracken oder so Aber ich bin nicht eine echte Apo So Stell dir jetzt mal voll Äh Die Tastatur will jetzt bei dir am rumspinnen und dann könntest du gar nicht bewegen Das wär ja noch Es ist eigentlich fein guck doch es geht doch alles Naja das ist ja noch Okay So Na das ist ja noch Es heißt Pokedolmer Hey Apo-AD Stimmt Wir haben einen Brief bekommen Von der Pokemon-Liga alter Öffne es mal Lieber Apo-AD Jetzt passen sie auf Die Gruppe Mache auf den Zeug Ja gut Ich pass schon auf Das war die rote Karte Rote Karte kann ich bei einem irgendwo gut verwenden jetzt so Oh nein Jetzt kann ich den Hund nicht nennen Oh nein Oh nein Ja Wolf remote spiel eigentlich 98 oder 99 96 96 96 Ich schnau ich bin gestalkt ne Ich kann dem Rivalen keinen Namen geben Und, und, äh, die Zähne. Das geht durch. Nächstes Problem, oder was, weil wir jetzt nicht, weil nichts vollschlagen. Also, jetzt kann ich ja nicht mal wegdrücken. Ja. So ein Mist. Der Mero drückt doch mal die Pressatur rum, Alter. Wie gesagt, ich schick dir später meine Version. Du musst nur bis deine E-Mail-Adresse irgendwo zukommen lassen. Über Discord kannst du sie mir schicken. Dann lade ich dir das nochmal hoch. Die 200 MB ist ja in 10 Minuten lang. Die Rapper, die wollen einfach nicht. Die Rapper, die wollen einfach nicht. Komm schon, irgendwas, 5, 5, 4, 3. Irgendeinen Namen. Ich nehme jeden Namen. Nehmen sie doch an. Nicht mehr, hör ein. Nimm aber, ja. Ich kann ihnen keinen Namen geben! Was ist das denn? Das Spiel ist richtig gepackt. Ich denk dich, ich glaub nicht. Hä? Ne? 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 Hallo, hier. Was ist los damit? Das ist ein richtiger Prank einfach. Daumen drückt. Daumen drückt. Daumen drückt. Oh, wir haben es. Alles klar, Daumen drückt. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt deinen Knofenzer. Noch nicht ganz, aber wir gehen jetzt los und holen dir deinen Knofenzer. Niklas Name? Tu mir das nicht an. Das habe ich bei Pokémon Schwert auch. So Leute, die nicht den Namen nehmen, den sie auf Twitch haben. Ich finde dich nie wieder. Ich werde immer wieder das Problem haben, dich nicht zu finden. Deswegen würde ich dich einfach gerne Datroik-Load-Dude nennen. Wenn das in Ordnung ist. Wenn ihn doch wenigstens das Tag-Load. Ach, G.H. G.H. heißt er jetzt. You and G.H. Ah, die G.H. klingt irgendwie dumm, ne? G.H. Ne, ich wollte eigentlich einen Witz machen mit Nickname. Oh, ich verstehe. Tut mir leid. Ach, das funktioniert auf einmal, oder was? Options. Ach, hast du hingekriegt, oder was? Off. On. Ich gucke jetzt ein bisschen. Next-Gen. Kombinat. Ähm, wann kann ich das umbenennen? Der hat mich nicht gefragt, ob ich es umbenennen will. Das ist doch shit. Mal ein kleineres Bild, oder? Okay, ist zu klein. Zu klein. Das heißt Belly. So ein shit. Du heißt einfach so lange Belly, bis ich ein anderes Knuffenser fange, oder? Ist das in Ordnung? Und dann nennen wir das einfach um. Fang ein neues Knuffenser, nenn das um. Ich würde gerne den normalen Namen geben, aber geht ja nicht. Beziehungsweise, wir können ja auch ein anderes Pokémon fangen, mit dem du fusionieren willst. Das benennen wir nach dir und nehmen das als Haupt-Pokémon mit dem Knuffenser zusammen. Probleme löst, oder? Ich habe bloß keine Poké-Coins, damit ich dich jetzt könnte fusionieren lassen. Das kostet nämlich 500 Poké-Dollar. Das leckt dann doch wahrscheinlich mehr, oder? Weil wir das Glück hatten, bis jetzt Fusionen zu bekommen. Geht's halt. Yo, Red. Ja, Apo und GH, Alter. Oh, 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 oh. Ich weiß halt nicht... Ich weiß. Flüss. Jetzt, da, ich die... Was ist der GH für Name, Alter? Gerald? Ich würde sagen, wir machen... Der, der am aktivsten im Chat ist. Der wird trainiert. Deswegen... Nämlich Belly als erstes. Georg Hummels, oder so. Georg Hummels, ne? Georg Hummels, ne? Jetzt, Georg Hummels. Ich kann ja immer zum Mank-Switchen. Oh, wenn das dringend noch heilt. Apo-AD. Apo-AD. Georg Hummels. Mal nur wo dem G. Äh, das will nicht aktiv sein. Alter, die ist ja richtig strange, ne? Aber bei mir leckt's nicht, ne? Die Steuerung ist so komisch. Bei dir leckt's gar nicht? Nö. Das ist schon mal was. Ich kann's sogar 3D anhaben. Der Gramps ist nicht da. Wo ist denn dein Opa, Mann? Der Georg weiß es nicht. Ja, warte, Günther kann ich ihn auch nennen. Günther Hauch. Günther Hauch, Alter. Ja. Ey, Ruth. Bleib sehr vorsichtig. Das ist krass gefährlich. Ja, ich weiß. Krass gefährlich. Nicht rauchen, Leute. So. Vielleicht sieht das halt wirklich auch an meiner Version mit den Legs. Der ist bei dir und halt Michael. Ja. Und dafür kann ich nicht schreiben, ne? Ja. Ich hab schreiben nie gelernt. Bin ich sicher, Djokovic. Aber ich glaube, es wird immer gepencht und es sind alle Gents irgendwann drin. Mhm. Also... Nickname geben. Nickname. Und... Es werden alle Pokémon reingepatcht. Und... Erstmal skatet man jetzt hier in der Region. Ich weiß ja nicht, wie es denn das... Oh, shit. Falsch, das hast du erwischt. Hm... Der 3D ist aber auch irgendwie doof aus. Mal DNA. Das ist der Battle Motion mit dem On. Off. Off. Lamp ist neu raus. Sehe, dass ich zum ersten Mal... Nee, das ist schon echt lange. Djokovic. Schon länger, das Spiel. Ja. Ja. Ja, ist so besser, finde ich. Wohl, dieses 3D-Sprite sieht besser aus. Ganz wildes Game. Absolut. So... Ich will mal starten. Nehmen, glaub ich... Charmander. Ne mega Idee, so mit dem Fusionieren. Nimmst du auch Charmander? Ich... Ich würde nur gerne einen Namen geben. Geht aber nicht. Ach, Mann. Der ist echt süß. Sieben. So, jetzt konnte ich nicht mal einen Namen geben. Kannst du da eine Tastatur flächig machen? Mom hat ein gutes Let's-Play-Spiel gemacht. Es liegt ja nicht in meiner Tastatur, sondern irgendwie am Spiel. Ich bin auf Deutsch. Deutsche Tastatur. Ja, aber er kennt das Spiel ja keine deutsche Tastatur. Dann mach ich halt so schönisch. Aber Plan ist auch nicht so schön. Ops, sorry. Almost bumped. Mann, um an Restart. Jep, was ist... stop jetzt einfach. Alle däunen. Ich sehe, du bist ein neue Trainer. So, lass mich erklären, wie das Pokémon-League-Tournament funktioniert. Nur die strongest Trainers in der Region. Nur die strongest Trainers in der Region. Nur die strongest Trainers in der Region. In this Tournament. A Trainer can only be allowed inside the Pokémon-League-Tournament. One stave through in their worth. By defeating the eight Gym Leaders of the Kanto-League-Tournament. Ich bin einer der Gym Leaders. Mein Name ist Dreck. Und seit ich live in Pewter-City. Ich werde wahrscheinlich dein erstes Challenge sein. If you are any serious about entering Pokémon-League. Der heißt Dreck. Kennst du nicht den... Dreck? Ja. Der ist auf Brook, oder nicht? Brook? Nee, Dreck. Nicht Dreck. Ich dachte immer, der heißt Dreck. Rokko gleich Brook. Also auf Stein. Ach so. Okay. Nee, wusste ich jetzt nicht. Dreck, ich weiß nicht, ob der Dreck heißt. Also Dreck. Ich dachte auf Deutsch heißt der Dreck. Mein Name ist Dreck. Der ist doch Stein-Pokko, oder? Also ich verstehe jetzt nicht warum... Wie eigentlich funktioniert der Schleierung ist. Ja. Du bist nie sehr ernst über entering the Pokémon League. Wenn du mich in Pewter-City auf dem anderen Seite der Eridienforsitz findest, kannst du mich da über da unter der Bordermatche schützen. Eine der 8 offiziellen Pokémon League-Batches. Ich hoffe, dass ich dich da sehen werde. Not so fast mein Freund. Dreck Out! Ich gegen Günther Hauch. Let's get's, ApoRed. Günther Hauch ist jetzt? Ja, Günther Hauch. G.H. hat sich nicht zu schreiben, oder was? Ja. Ja, das Spiel lag gar nicht bei mir. Gut. Außerdem einfach nicht schreiben kann, weil ich es nie gelernt habe. Ich habe einfach nie gelernt zu schreiben. Ich glaube, das Ding hält so viel aus, ne? Ist das nicht normal? Ich glaube, ich verliere den Kampf. Oh, crit. Vin, cooles Smiley, cooles Emot hast du da. Guck mal das her. Scheiße, Vin. Ich bin jetzt auch nicht mehr dafür auszahlen, was ist das für eine Verarschung? Hallo? Sorry, buddy. But the gym leader is out of town. You have to come back in a while. Ich wurde gerade abgezogen von Günther Hauch, alter. Ja, letztlich mal zwei in einem Drecksau, ne? Das ist ja richtig unfair. Ja, auf jeden. Ja, ein langes Auge ist vorbei, ne? Ich kann aufmachen. Coming up with nicknames is fun, but clever nicknames can be challenging. Oh, das wäre jetzt schön gewesen. Cool, dass ich nicknames machen kann, ne? That is the one who came up with Nidoran's nickname. The name could be better, but it grew on me. Push. Nice. The gym next door is always locked. There must be something shady going on. You want to know about the two kids in the Caterpillar Pokemon? Yes, the Caterpillar has no poison, but Weedle does. Watch out for his poison sting. Okay. I managed to get Grandpa to go home. He's doing much better now. Äh, ja. Direkt kämpfen ist hart. Hast du Shiggy schon besiegt? Äh, Schill Shiggy, wie es er sagt? Nee, dann nehme ich. Wieso? Ich habe verloren. Und ich habe 40 Dollar abgezogen. Doch, ich habe verloren. Ach quatsch, hör auf. Ich falle sogar gegen dieses Taubsee hier. Boah, wie schnell das bei dir läuft. Ja, das läuft gut, ne? Ja. Und dafür kann ich nicht schreiben. Ich kann es sogar essen. Ja, das ist gut. I recently learned about the Bugtoid and her Fury Cutter. Nein. Das Ende ist einfach noch schlecht. Nein, ich habe hier 200 Dollar für dich. Hau ab, Monster. Ich habe keine 3,50. Das ist die einzige Frage, warum ich nicht schreiben kann, ne? Das wäre nochmal gut zu wissen. Das läuft eigentlich alles prima hier bei mir. Ja, bei mir jetzt aber auch nicht. Ich glaube, ich muss nur den Schreibstab lernen. So, die sieht jetzt ganz in Ordnung aus. Bis auf die Poplar, ne? Ich habe die beste Qualität, aber ich kann einfach nicht schreiben. Ich muss wieder zur Grundschule. Sehen wir uns morgen. Hey, warum nicht kommst du? Ich kann jetzt gucken, wenn ich mal von den Zaun. Nur noch abzackte. Tuck, endlich. Ja, Dattroy, Level 4, GZ. GG. Neuer Pokéball. Also, wenn irgendjemand jetzt... Oh. Dann können wir ein neues Pokémon fangen. Den haben wir dann in Pokéball am Start. Und in Heridian Forest gibt es Raupis und Fornlios und eventuell Pikachu. Pikachu, will ich? Warum wollen immer alle nur die coolen Pokéball? Ich schreibe einfach mal an. Weil die cool sind. Das ist einfach. Keiner Mischung mit Ratz, Ratz oder ein Haft, oder ein Haft, oder ein Haft? Ja, ich mach dir eins an. Normalerweise, aber nur, weil ich hier keine Wünsche abschlagen kann. Jede Stunde, ne, ganz unterschiedlich. Ich guck, beobachte das, wenn ich da irgendwie acht Leute habe, die da im Chat schreiben. Weil nach drei Minuten, ohne was zu schreiben, die spawnst du als Pokémon. Und wenn da acht Leute rumbuseln und sich das lohnt, dann mach ich immer ne Bellroy ein. Oh, man kann sogar einen Randomizer machen, oha? Muss ich gar nicht. Aua, weil du es bist und weil du ja neu bist und eh noch kaum was hast, mach ich dir ne Bellroy. Im Spiel, weil du nix auf deiner Art hasst. Katzi, Tatziii. Möchtest du ein Raupi sein, Katzi? Ich kann hier ein Raupi grad fangen. Das ist Pokémon Fusion, Infinite Fusion. Man kann sich denn mit anderen Pokémons fusionieren. Und später wirst du natürlich ein Smetbo sein, was fusioniert ist mit anderen. Ja, bitte. Es würde auch Hornbio noch hier in den Wald geben und eventuell Pikachu, aber Pikachu will jetzt schon jemand anderes ganz dringend haben. Ja, aber eigentlich keine Pokébälle. Und da Katzi jetzt und das Katarpei. Wie ich sag, ja, Katzi. Ran. Deck. Pokéball. Wir fangen jetzt Katzi. Ich hoffe, es klappt Daumen drücken. Hä? Hä? Ich hab da eben Pokéball geworfen? Ah, nein. Verdammt. Ich bin so dumm. Ich bin in dem Trainerkampf. Echt? Und ich hab anscheinend den Pokéball verworfen. Jetzt hab ich Kinder. Dumm. Ich hab mich ablenken lassen. Oh nein. Kein Pokéball. Aber ich hab wieder einen Pokédollar bekommen durch diesen Kampf. Das heißt, ich kann mir schon wieder einen neuen Pokéball leisten. Und wir trainieren jetzt mal, äh, das Wind. Jeder von euch muss mal trainiert werden. Wir brauchen halt immer einen Trainer, der das finischt. Und nach jedem Kampf wechsle ich irgendjemanden ein von euch. Boah, sind das Nidoran mit dem Horn Nioi-Kreuz? Sieht auch witzig aus, oder? Wir kämpfen hier übrigens mit einem Nidoran-Männlich-Mänki-Kreuzung. Es gibt über 120.000 Kreuzungsmöglichkeiten. 120.000 Oh, sch... Was ist das? Puh... Es ist enttäuschend, dass ich nicht schreiben kann. Dass für 120.000 einfach so eine Textur gemacht worden ist, das ist schon kratzt. Ja. Das Bild. Woran liegt das, ist das Bild? Spiel irgendwie. Ah, da musst du ja auch dran denken. Ich hab die ganze Zeit dran gedacht, das ist ja Nidoran. Da kann ich ja jetzt keine... Die Attacke, das wäre ja nicht... Aber es ist ja eine Horn Nioi-Kreuz. Das heißt, das ist ja auch Käfer. Und dann konnte ich meine Fluch-Attacke einsetzen. Hm? So, du musst erst mal weiter umdenken. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. So, wir warten schon. Dass du Mord-Aschere reingeschickt hast. Ist das cool, oder ist das Satin? Satin? Satin. Oh mein Gott, wie cool. Das ist dieser... Merkur ist ja auch noch hier im Stream. Ja, klar. Ist das Merkur auch ein bisschen EP? Aber du musst nichts drücken, Flani. Du kannst normal schreiben, ne? Ich kann jetzt normal schreiben. Oder irgendwas vorzudrücken. Oder irgendwas davor zu drücken. Ich habe einfach ganz normal meine Poké und wenn wir denn schreiben, Enter, fertig. Wieso kann ich das dann nicht, äh... Das ist der Caps-Lock an, oder sowas? Naja, nicht. Nee. Das ist der Bord aus. Das wollen wir gucken. Jetzt spare ich mir Platz. Ja, dann braucht es aus. Okay, gut. Ich versuche es mal, den Arbeitsspieler zu minimieren. 112 Poké-Dollar. Da sind schon wieder heilen, den. Hier habe ich von Ratz-Ratz mit meinen versteckten Fähigkeiten gefangen. Nur bloß keiner. Es wollte nur keiner. Das ist das Ding, ja. Ich verstehe es auch nicht. Okay. Ich verstehe es nicht. Das war's für heute. oh 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 we're not in sight oh one unit super but i 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 Slots ist doch auch mega langweilig, was viel besser kommt, ist... ...das... Wow, funktioniert das nicht? Habe ich Roulette falsch geschrieben? Eigentlich nicht, ne? Du hast Roulette Red geschrieben. Ja, ja... Ich muss ja die Farbe auf die ich Sätze schreiben... ...und dann gehen wir mal und... Ah, vielleicht ist es auch Roulette 100 Red... Die anderen spielen das doch immer... Ich spiele es halt nicht... Aber eigentlich ist das der Befehl... Oh, Emma! What the fuck? Emma hat es mitgekriegt... Das kann ja auch nicht sein... Warum funktioniert das Roulette nicht? Emma, erklär uns doch mal allen, wie Roulette funktioniert... Das hat doch sonst schon mal geklappt... Ah, jetzt hat es geklappt, leider... Nice... M... Let's go... Hat es geklappt? Ja, ich heiße jetzt M... Hey, M... Das ist besser als Red... Ja, alles randomisen... Warte, nein, 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 zurück... Ey, Mann, mit dir habe ich jetzt gar nicht mehr gerechnet... Hallo? Na, ich bin zu drück... Scheiße... Aber allzu lange mache ich auch nicht mehr... Eigentlich... Wir machen ja noch einen kleinen Raid... Oh, Mann... Oh, Mann... Oh, Mann... Wir trainieren das Wind... Switch it in, that Wind... Check... Soll ich Mist... Bett, nicht Roulette... Ach so, Bett... Müsst du ins Bett... Und nicht Roulette... Ach... Das ist... Das ist... Ich glaub die zu... Weil das ist doch cooler... Das ist... Ey, das sind so viele coole Prisionen... Geht doch, jetzt einfach... Ey... So... Speedpoint Technics, Anna... Ja? Reservieren? Du brauchst sie nicht reservieren... Du kannst jedes Pokémon haben, was du willst... Also... Du kannst... Du kannst... Zum Beispiel auch einfach sagen... Du nimmst jetzt ins... Und wenn du später irgendein anderes siehst... Dann fangen wir dir jetzt auch mal fusionieren das... Und... Ich denke, dass sie sagen... Ja... Ich möchte jetzt die Fusionen aufheben... Und dann immer mit einem anderen koopfusionieren... Weißt du? Du hast ja dann immer zwei Pokémon... Du kannst denn eins dann... Aufgeben... Und wieder freigeben... Für jemand anders... Das wäre jetzt auch nicht... Wie ich das denn genau mache... So... Wenn ich eine Box habe mit... Free... Wo dann... So Prisionsreste drinnen liegen... Das wäre jetzt auch nicht... Das wäre jetzt auch nicht... Das ist ja... Einfach aus... Ein Zeitpunkt habe ich gestartet... Ach... Was macht jemand... Für ein rotes Körper... Das... Momentan ist halt nur das Problem... Dass ich... Kaum Poké-Dollar habe... Dass die Fusionen... 500 kosten... Und auch die Poké... Fusionsreste... Na ja... Wenn du erzählst... Ich glaube... Bei mir geht's eine Bombe hoch... Alter... Du trainierst so lange das Raupi... Und wenn du jetzt vielleicht andere Pokémon haben... Dann fangen wir das auch noch... Fusionieren das mit dir... Und dann sagt sie irgendwann... Ah... Ich werde doch lieber mit dem fusionieren... Aber du hast ja halt diese 2 Poké... Und du kannst dann auch suchen... Welches der beiden... Du denn mit dem fusionierst... Weil... Du hältst jetzt nicht immer das Gleiche... Weißt du... Du kannst wirklich... Wild hin und her fusionieren... Du musst bloß immer... Ausgangsmäßig bei dem einen bleiben... So... First Try for Plani... Komm mal... Komm schon... Ja, ich hab P gekriegt für Plani... Let's go... Mhm... Geil... So, du hast jetzt P... Und ich bin M... PM... Ich schätze mal, es sind doch Pokosan immer... Okay, wir haben hier einen... Aber... Wir sind halt in Kato... Das dauert eine Weile... Bis du deinen Pokosan bekommst... Oh... Nebulak... Oh... Cool... Ja... Nehm ich... Nein... Ich... Wollen wir auch... Meines mal ausprobieren... Jetzt kommt der... Rivalenkampf gegen P und M... Alter... Let's go... Zufügen... Das ist nur ein Test fürs Erste... Aber es läuft eigentlich gut... Was ist das denn... Für ne Fusion, Alter? So lange... Echt? Ach... Kapsel und Clefable... Du hast denn... Wo kommst du... Wo hast du denn die Pokémon her bei dir? Rannamizer... Alter... Ist es ein Log? Man kann Rannamizer... Schweinerei... Was ist Spide? Was ist Spide? Im Spiel... Wenn man noch einen Spielstand macht... Kann man Rannamizer... Also alles... Alles ist Random... Trainer... Starter... Also kannst du einstellen... Wie du möchtest... Also wenn du wirklich witzige... Runde haben willst... Würde ich das sogar so machen... Aber ich verliere einfach jeden Kampf gegen Rivalen... Das geht nicht... Hypnose... Please... Hypnose hat getroffen, Leute... Oh... Oh... Lick... Wie war... Gibt's hier sogar? Habe ich einen Trank? Ich will jetzt auf jeden Fall nicht einen Neu anpacken... Natürlich... Ich hab hier schon... Menk und alle schon getrainiert... Ja klar... Ne... Wurscht ein bisschen... Infort geleistet... Lick... Ich... Ich glaube ich kann einen Gewinn... Ne... Ey... Brunkie... Oh no... 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 Katsi wollte auf jeden Fall... Nennen... Nennen... Stimmt's Katsi? Also ich krieg mir immer was Small... Ey... ... ... ... ... ... ... ... Also ich glaub musste nur immer Scratch machen... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Schaulicherweise läuft es mit der Geschwindigkeit besser. Ja. Schon. Gostly. Du musst ein bisschen trainieren hier. Was ist Byte? Was macht das Byte? Was ist das, Alter? Ist das Groll? Byte ist ein bisschen... Ja, es ist Groll. Ach, Groll. Also Groll macht ja minus vier Ablieb auf die Attacke. Heulen. Heulen. Ja. Nein. Heuler. Wie soll ich sagen? Groll. 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 Groll ist Heuler. Ja, Groll ist Heuler, aber wir reden nicht von Groll. Achso. Sondern von Groll. Ach, Groll. Achso. Also, Byte. Byte in Englisch. Ist okay. Das Training wird aber auch richtig toxic mit so'n Gastly, ne? Und Lick. Oh, nee. Ja. Jetzt hab ich doch wirklich keine Poké-Bälle gekauft. Wie konnte ich eigentlich rennen? Wie kann ich rennen? Wie kann ich rennen? Swin-up. Swin-up. Swin-up, okay. Swin-up. 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 Ich will trainieren Ich hab schon ein bisschen den Swin-Up besiegen, Leute Yes Ich denke, das ist 6, ey Das ist ein wesentliches Pokémon Also, dass ich es nochmal genau verstehe Bei Slani ist das Problem, dass es einfach am Lech ist Und dass es voll Slow-Mo ist Ja Weil die sonst einfach gar nichts eintippen Nö, kann ich nicht Oh, scheiße Ich bin richtig Müll Also, das Wesen ist gar nicht mal so gut für Gengar, leider Angere Vorhüte ist die Brunde Sogar schlecht Ha? Ist gar nicht so schön Nein Nein Weil du zum Spezialangriff mehr hast Angriff Also, der Angriff geht hoch Nicht der Spezialangriff Insitifiziert halt runter Ach so Das ist halt Müll Ja, perfekt Wird es umgekriegt werden oder so? Ich versuch mal zu resetten Moin, äh, Dudroy, grüß dich Komm zurück Ah, ich hab schon gespeichert, ich do die, ey Oh, ein Pichu Ja, ne Und ich hab keinen Porgeball dabei Ja, egal, komm Ärgerlich 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 Machen wir halt weiter Dann müssen wir noch weiter durchlecken hier, ne? Gibt's hier auch Gumball? Nee, bei mir nicht leider Ich müsste was, äh, einbauen Ich müsste was, äh, einbauen Der freut mich schon über Bank and Gamblin Spielsücht Der ist richtig spielsüchtig geworden bei dir Was ist los, Plani? Ich glaub der hat alles verzockt, dass wir jetzt in EA kommen Ich glaub der hat alles verzockt, dass wir jetzt in EA kommen Der wollte direkt weiter zocken Okay, unser erster Random Fight, Leute Unser erster Random Fight Dickhorn Was ist das denn? Was ist das denn? Oh, nalder Das ist meine Therapie Achso Den pack ich jetzt mal auf Platz 1 Ja, dieses Pico würde ich unbedingt haben, ne? Muss ich denn mal hier Schau mal, das Wind mal auf Platz 1 Der muss trainieren Boah, die Affenbande Die lebt Also Plani, bei mir ist wohl ein Monster auf einmal, alter Ein Rihorn mit, was ist'n das? Dickdarm Aber sein Name ist einfach Dickhorn, alter Dickhorn Es ist richtig eklig, alle Sandwirbel, Tail Whip, Tackle Ich hab hier nen Taubschi mit nem Raupi Das sieht doch lustig aus Ach, sorry Mein Bot ist grad aus Ja Und die Welt ist auch so ein bisschen, ja, oder? Der Bot fällt grad hoch, Moment Ich mach ihn wieder an für dich, wenn du willst Knacken Knackt Ganze Bot wieder benutzen So Hey, jetzt ist er an, komm mach Jetzt muss ich ein bisschen, aber das ist doch ein richtig ekliger Kampf bei mir Wir dürfen schon 2.000, krass Oh nein Nein Ja, komm Einfach tot, bitte Ja, cool Ja, cool Ich würde dich fühlen Ja, du bist aktiv, oder? Es ist easy, wenn du Top 5 kommst Oh, wir sind in Pewter City, Mann Oh, wir sind in Pewter City, Mann Es gibt nur Cubans, wieso? Es gibt nur Cubans, wieso? Es ist, wie sagt nur die Währung bei mir Oh, da sind wir jemanden Bautz für nen Mankey eben Echt? Mhm So Oh, ich will die Amphbraun Vielleicht lieber einen Bautz werden? Achso, wie sind es... Äh, 10, glaub ich 10? Ah, warte, ne Pro 5 Minuten oder pro 10 Minuten 10? Oder eine halbe Stunde? Lick, Lick Ja Spiner Rack, Junge Kigli, Capoeira oder Nocchan Kigli Nee, gerade nicht Wieso? Ich bin auch gerade konzentrierter durch Ich bin hier gerade an der Arbeit Kigli 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 Losers, komm Hypnose Drifhựchhypnose Kigli Kigli Ich bin der запхl InterYN Ja Lいて Ich schlafe mal schön, Smeiner. Los geht's. Ich weiß, dass ich der Lady Power bin. Hat das Team K? Ich finde den Lady Power allgemein ein bisschen schwierig. Krass. Schwer auf der Brust. Ja, komm, Swine up, Swine up. Äh, Emma, ich kenne mich, dass es überhaupt Fokus an gibt. Und wenn es Fokus an gibt, dann nicht in irgendeiner Zeit, wie wir die nächste Zeit erreichen. Es kann sein, dass wir, wenn wir das nur sonntags spielen, nie das Fokus ansehen. Und wie schon gesagt, wenn du jetzt eine Lady Bar nimmst, kannst du später mit dem Pokusan fusionieren. Du kannst dann, oh, ich möchte die Lady Bar Fusion abstoßen und möchte eine andere Fusion mit meinem Pokusan. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Gardevoir mit Pokusan. So, das war's dann. Du kannst hin und her die ganze Welt fusionieren. Man kann wieder defusionieren, wieder mit etwas anderem fusionieren. Aber du hilfst mir nicht, wenn du kein Pokémon hast. Ich habe Angst, wenn ich das nächste Mal online komme, ich kein Pokémon benutzen kann, weil niemand ein Pokémon hat. Weil ihr sagt, oh ne, ich will gern Pokusan sein. Weil, Mank wird wahrscheinlich nicht da sein. Das einzige Pokémon, was ich gerade trainiere. Das Wind ist eventuell da, den trainiere ich jetzt ein bisschen. Das ist ein bisschen. Was? Ne, ich will den Schmutzkäfer nicht, okay. Ich will den Schmutzkäfer nicht. Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Ich will dich runter machen, den Altkäfer. Der ist wichtig, dass wir einen Pauski haben oder einen Puppetag. Oder einen Datztatz. Irgendwas, bitte nimm halt. Schon, ja. Mit dem Pichu. Ja, ich versuche noch einen Pichu zu finden. Aber das war jetzt halt... Also, ich bin schon eine weibliche Nidoran, Alter. Wird schon krass, was? Gib mir den Pichu. Du wirst mich halt noch so schnell überholen, ne? Yo, ich dich? Ja, klar. Aber ich will dem Speed eigentlich nur. Ich will dem Speed. Einfach, weil ich die Challenge mache. Und anstatt jetzt einfach zum... Zum Dreck zu gehen und äh... Weiß ich, aber auch noch in den Meister, ne? Das kann doch einfach mal gehen. Dann kann ich jetzt... Versuche ich hier Pichus zu fangen. Pokusan gibt's in Infusion nicht. Okay, gut. Danke, Datry. Hast du gehört, Emma? Es gehört? Kein Pokusan in Infusion. Jupp. Sorry für den Schmutz. Hehehe. So. Das heißt aber, keine schwerte Schild ist drinne wahrscheinlich, ne? Dann bist Generation 7. Sonne, Mond. Und... Hab ich jetzt eigentlich Bälle bekommen? Deck. Tagsspiel. Ja, ich hab Bälle gekriegt. Ich könnte mir sogar einen Kniekel holen, ne? Na, Kniekel wäre nicht schlecht. Ich hab aber keine Ahnung. Das bedeutet 7 Ghostly. Deck mit dir, Junge. Ah. So, wer ist das? Mordsweiner. Mordsweiner. Crit. Verdammt. Wer ist kein Crit gewesen denn? Hätt ich ihn fangen, ich weiß nicht. Katzi wollte auf jeden Fall in den Raupen. Ein Ruppi, Alter. Ich weiß bloß nicht, ob Katzi noch da ist. Vielleicht schon nicht. Aber ich kann gut trainieren hier. Mit meinem Pokémon. 200 sind nicht so stark. Jetzt bin ich müde, Markus. Wieso? Was ist das denn? Was? Noch geht's gerade. Nein, ich heiße nicht Markus. Ne, ich heiße nicht Markus. Gut. Güteräussig. Der Uweil war wunderbar. Geroldsteiner. Nein, ich heiße nicht Markus. Schwierig mit Menkiboy das noch zu schaffen. Friedel. Ist das ein Trainer oder wer willst du? Ein Trainer, ja. Lady Pit. Lady Pip. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Mal Lick. Halöse. Synthesis. Wahrscheinlich ist es Synthesis, oder? Ich mach dir gleich eine AP leer auf Synthesis, ne? Spide. Pichu. So. Voila. Ey, ist doch richtig nützlich, das Spide, ne? Mal die AP leer gemacht. Tja. Kannst du dich nicht mehr heilen. Ich bin mit mir mein Freundchen. Danke. Für die du dir verwirrt. Danke. Ich schlag mich selber. Eieieieieiei. Es tut ja richtig weh. Es tut ja richtig wild, das Tier. Ja, für einen Kampf einfach schon heilen, ne? Das ist richtig traurig. Aber ich hab halt nichts. Ich darf pauschen. Ne, wir hätten noch da drin. Zwei drinnen sollen, oder? So, jetzt. Nice, Nick. Sauber. Ja, wir hätten noch da drin. Oh, Emma. Oh, Emma ist auf jeden Fall wichtig. Muss ich einfach durchlecken, mein Freundchen. Durch die Eissorte. Los. Nice. Kannst du irgendwas anderes schreiben da, Droid? Das wird nicht leise und langweilig. Einfach nur Emma, oder Emma Robs? Emma Hasher. Oh, Lidia. Krass. Das ist wild. Das nimmt mich mit. Schnee eingepennt. Ein Schnee eingeschlafen. Merkst du nicht, dass ich gemischt hab? Nee, wieso? Aber natürlich krieg ich jetzt ein Crit raus, Alter. Ja, ich hab keine... ...und... 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 ...klein geschrieben. Okay. Ich hab noch keine Namensbewertung, oder irgendwas. Ich kann das noch nicht ändern. Klein geschrieben, ja? Trotzdem bin ich am TV, da ist ne Stunde Delay. Noch nicht, Bolita, los geht's. Will ich das haben? Eigentlich nicht. Will ich eigentlich nicht. Tja, zu spät, Emma. Warum schreibst du denn Emma Klein? Wenn ich... Jetzt ist halt so, wenn ich irgendwann zu nem Namensbewerter komm, dann würde ich... Asymmetrisch? Wieso so asymmetrisch? Ich würde kurz... So, wir haben's jetzt aber schon. Drei Uhr. Jetzt ist er voll. Alles gut, schon eigentlich. Dann wird's schon nicht mehr Schweinerei. Das ist ein super Pichu. Wen raiden wir denn jetzt? Janosch, Alter. Oh. Also ich würd' ja... Ich würd' ja einfach sagen, wir raiden Merkur. Aber Merkur ist jetzt nicht mehr raiden. Und ich nie die Chance habe, ihn zurück zu raiden. Und er hat nur eins. Letztes Mal haben alle bei mir geschlafen. Mach lieber ihn, mach lieber ihn. Ja. Morgen raiden wir dich wieder. Machen wir wieder zusammen streamen, oder was? Ach ne, morgen ist Retro-Tag. Eigentlich könnte ich im Retro-Tag... Ich weiß nicht, was Straubi dazu sagt, wenn ich keinen Terranigma spiele. Aber wir könnten eigentlich... Das passt in den Retro-Tag. Das Infinite Fusion. Ihr zockt Terranigma? Echt jetzt? Ich zockt Terranigma ja auch, ja. Terranigma ist richtig nice. Ich mag das Spiel. Auf jeden. Die ganzen Super-Nintendo-Dinger. Ich werd' auch Secret of Mana, Lufia, Illusion of Gauna... Ja, ja, ja. Ich werd' die alle noch zocken. Ich hab extra ne Montag Retro-Tag gemacht dafür. Ray DeMarcus, bitte. Oh, wirklich. Ansonsten immer gerne. Ich hab' Fragen, Targos. Aber ich muss... Ich bin das schuldig. Heute nicht. Schoki schuldig. Wir müssen auch anderen Leuten die Chance geben, groß rauszukommen. Nicht nur mir. Wir supporten uns alle immer gegen sein. Wir müssen hierbleiben. Eine Balance finden. Heute rade ich auch wieder meinen Kollegen, damit er nicht allein ist. Warte, was... Was bedeutet das Ausrufezeichen? Ist das ein besonderes Reuner? So, erstmal hier... Warte mal... erstmal speichern, dass die Musik weg ist. Abplani. Ja. Ist das ein besonderes, äh... Queeckel? Weil es ein Ausrufezeichen hat. Das weiß ich jetzt nicht. Da muss ich mal bei dir gucken. Aber ich... Ich glaube... Ich hab jetzt... Also das mit der versteckten Fähigkeit, das hat die leuchtet. Und hat die gelbe Schrift. Ah, okay. Mal gucken, was es denn ist. Fangs mal. Ja. Hat eins auch gelbe Schrift? Dann bin ich da für Chili-Bass. Weiß ich nicht. Äh, Pokémon... Ich bin mir safe nicht und Jonas kriegt von Chili auch wahrscheinlich ein Alibi. Schokolade. Aber tschüss, tschüss, tschüss. Hey, Datoid. Nix gegen Schoki. Ja, ja. Aber ich meine... Der ist immer hier am Donaten und Zappen. Ah, er hat doch eine versteckte Fähigkeit, glaube ich. Kann sein, ja. Okay. Speckschicht, oder so hat er. Speckschicht. So. Das spricht jetzt nicht von mir, aber... Das ist auch ein guter Kollege von mir, den ich schon länger kenne. Und der railt mich sonst echt fast jeden Tag. Und ist immer vor mir auf sein, das Ding. Scheiß. Sonst, morgen, Datoid? Aha, okay. Immer gerne Merkur. Und X3. Ich bin dein Kollege. Ich hab mir gedacht, ich will mich nicht verdächtigen. Und deswegen hab ich Chili nicht ausgewählt. Rekord hab ich die ganze Zeit die Fresse gehalt und nichts gesagt. Schokolade. Okay. Wo musst du denn? So. So. Dann. Dann, 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 dann. Ja, Hammer alles. Danke an alle fürs Zuschauen. Morgen, Retro-Sach. Ich weiß noch nicht, vielleicht erst ein bisschen Pokémon Infiniation. Und anschließend Terranigma. Ich muss mal gucken. Aber... Kannst du mir dann noch die Details schicken dann, ne? Oh, noch was... Oha. Ich bin ja noch ein bisschen im Discord. Äh, 21 Uhr Stream. Und, ja. Schlaft alle schön. Und bis morschen. Das Wind. Das Wind. Oh Gott. Markus ist nicht enttäuscht. Ich bin mit ihm im Discord. Er sagt, ihr wisst Bescheid. Er sagt, das ist alles in Ordnung. Der Troike, der setzt sich richtig für dich ein. Macht er richtig. Ist auch wirklich so drei. Enttäuscht bin ich nicht, ne? Das ist ja auch krass. Das ist auch krass. Warte. Boah, das ist sogar heftig Wesen. Na ja, es geht. So. Also, ich würd... Ja, mach... Mach du, du hast Glück. Ich würd fast, ähm... Schoki verdächtigen. Weil... Rosi war bei mir gestanden und hat mich halt nicht gekillt, so. Also, ich... Lani raided... Ich kann mich zu dir hochkennen. Ich bin... Lani raided mich mit 10 Leuten. Ich... Ich bin, glaube ich, der Einzige, der seine Tasks noch nicht mehr hat. Danke, Plani. Das hätt ich mal geschafft. Ich hab noch zwei Stück, beide um meinen Reaktor. Okay. Wobei ich noch was dazu sagen muss. Ähm... Das Einzige, was mir ein bisschen weh erscheint, ist, Rosi war ganz kurz in diesem... Ähm... Ehm... 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 Ich hatte keine Ahnung, was mein Plan war, aber ich muss ja... Ihr seid immer zusammen rumgelaufen, ich hab nie jemanden alleine getroffen. Riko war halt gefickt in dem Moment, in dem ich Chili komplett safe gemacht hab und Chili gemeint hat, ja okay, eigentlich kann's los auch nicht sein. Ich war davor schon gefickt, aber ich glaube, wir haben einen neuen Zuschauerrekord mit 13 Stück. Echt? Nice. Ich krieg dann einer von den 13. Erst mal ein Shirt, wenn ich den Stream mal wieder öffne. Noch einer von den 13 vielleicht. Also, jetzt sind's nur noch 11. Kann er nicht angehen, erst mal ein Shot, Schoki. Erst mal ein Shot, Schoki. Erst mal ein Schoki. Ja, muss ich mal schauen, wie das mit dem Shot so funktioniert. Ich weiß übrigens, wie das mit dem Automaten funktioniert. Ähm, nochmal eine andere Karte jetzt, oder das ist jemand andere?